Herzlich willkommen zur Lage der Nation, Ausgabe Nummer 132 vom 28. Februar 2019. Mein Name ist Philipp Banser und ich bin Journalist und mir gegenüber sitzt Ulf Burmeier. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Jurist und freue mich auf diese 132. Folge der Lage der Nation. Wir haben, bevor wir einsteigen, mit unseren inhaltlichen Themen zunächst mal noch eine Ansage. Und zwar ist unsere nächste Folge wieder eine Lage live und für unsere Abonnentinnen und Abonnenten unseres Angebots Küchenstudio Plus werden wir einen Livestream anbieten. Ihr könnt also live dabei sein, wenn es am Samstag, den 9. März im Haus der Kulturen der Welt hier in Berlin heißen wird. Willkommen zur Lage live. Ein Abo, falls ihr noch keins habt, könnt ihr euch klicken unter küchenstud.io slash plus. Küchenstud.io slash plus. Den Link findet ihr auch in den Shownotes. Ist auch relativ leicht wieder kündbar monatlich. Also und an dieser Stelle auch nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an alle Abonnenten und Abonnentinnen und alle Spender. Ich habe jetzt kürzlich wieder die Steuer gemacht. Ist wirklich, wirklich beeindruckend und toll, was ihr da spendet und dass ihr spendet und dass ihr so viele Abos abschließt. Deswegen würde ich jetzt sagen, wir haben wieder mal ein volles Patch. Steigen wir direkt ein. Thema der Woche ist natürlich das Brexit Update. Ja, ganz genau. Das Brexit Update. Diese Woche können wir mit Freuden vermelden, dass sich endlich mal so ein bisschen was tut in London. Es ist zwar noch lange nicht klar, wohin die Reise geht, aber immerhin sind ein paar früher in Stein gemeißelt gedachte Positionen offenbar ins Rutschen gekommen. Labour zum Beispiel fordert inzwischen ein zweites Referendum über die Frage des Brexit. Und auch Theresa May ist in gewisser Hinsicht umgefallen. Aber bevor wir da ins Detail gehen, haben wir noch eine kleine Unterbrechung. Werbung Die zweite Staffel von Die Zukunft ist elektrisch ist raus. Das ist ja der Podcast über Elektromobilität von Audi. Und in der zweiten Staffel geht es vor allem darum, das elektrische Fahren zu erleben. Der Podcast besucht diverse Veranstaltungen, bei denen E-Mobility-Anwendungen vorgestellt werden. Etwa der Audi e-tron. Audi-Mitarbeiter und externe Mobilitätsexperten erklären euch die Chancen und Herausforderungen auf dem Weg in eine elektrische Zukunft. Und in Folge 1 der zweiten Staffel besucht ihr das e-tron-at-Airport-Event am Münchner Flughafen. Es gibt einen akustischen Rundgang durch den Meteoriten und viele Gespräche mit Experten vor Ort. Ihr seid bei einer Testfahrt dabei mit dem e-tron und sammelt Eindrücke und erfahrt, warum die Elektromobilität jetzt Fahrt aufnimmt. Zu Wort kommen nicht nur Audi-Mitarbeiter, sondern auch Kunden und externe Experten. Die Zukunft ist elektrisch. Den Podcast findet ihr bei Spotify und überall dort, wo ihr euch eure Podcasts so besorgt. Und damit kommen wir zu unserem ersten Thema, wie versprochen, unserem Brexit-Update. Insbesondere hat uns nämlich in dieser Woche überrascht, dass der bisherige EU-Skeptiker Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der Labour-Fraktion im britischen Unterhaus, nun plötzlich ein zweites Referendum möchte über die Frage Remain oder Leave. Ob also Großbritannien in der Europäischen Union bleiben soll oder nicht. Monatelang war das anders, weil nämlich anders als zwei Drittel der Labour-Anhänger Jeremy Corbyn dagegen gewesen war. Wir haben schon mal darauf hingewiesen. Das lag vor allem daran, dass er die Sorge hegt, dass die Europäische Union aus neoliberalen Ideologien heraus möglicherweise im Wesentlichen Nachteile mit sich bringt für die Anhängerinnen und Anhänger der Labour-Partei. Aber vielleicht ist das ja eben doch gar nicht ganz so. Zum Beispiel könnte ihn aber auch der jüngste Parteiaustritt von neuen Labour-Abgeordneten und ein möglicher weiterer Exodus weiterer Parlamentarier umgestimmt haben. Denn die Labour-Anhänger sind wohl mehrheitlich gegen den Brexit, Philipp. Da gibt es auch ganz interessante Zahlen. Ja, also es gab ja diese Abstimmung 2016 und da war der Anteil der Briten, die für den Verbleib in der EU gestimmt haben, insgesamt wie bekannt 48,1. Aber eben bei Labour 61 Prozent für den Verbleib und der Anteil, die jetzt ein zweites Referendum unterstützen, das ist aus dem Stand Januar 2019. Da ist es so, dass 56 Prozent der Labour-Mitglieder ein zweites Referendum befürworten und es sind aber insgesamt nur 37 UK-weit. Also je nach Umfrage schwankt das, glaube ich. Aber da ist es auf keinen Fall so, dass eine große Mehrheit der Briten ein zweites Referendum befürwortet. Aber bei Labour ist das der Fall und da war eben der Druck, du hast es gesagt, durch den Austritt einiger Abgeordneter aus der Fraktion und durch diese internen Umfragewerte eben doch so groß, dass Jeremy Corbyn sozusagen, ja, sagen wir mal, doch seine Position erheblich geändert hat und jetzt dafür stimmt und vorantreiben will, dass es ein zweites Referendum gibt. Interessant ist aber auch der zweite, sagen wir mal, Wechsel, Stimmungswechsel diese Woche, Positionswechsel, nämlich der von Theresa May. Der ist jetzt nämlich so, dass sie doch für eine Verlängerung abstimmen lassen will, das hat sie bisher immer als unsinnig abgelehnt. Aber jetzt ist es so, dass sie am 12. März den Vertrag nochmal vorlegen wird. Welcher Fassung, wissen wir noch nicht. Ja, wahrscheinlich wird es irgendwie so ein paar kleinere Änderungen geben, die vielleicht kosmetischer Art sind, aber, sagen wir mal, Brexiteers zumindest die Möglichkeit geben sollen, zu sagen, ah, jetzt ist ja ganz anders und ah, so können wir der Zähneknirschen zustimmen, weil da wurde ja noch was gemacht. Aber ob das passiert ist, unwahrscheinlich und am 12. März wird eben abgestimmt und wenn am 12. März das britische Parlament diesen Vertrag nicht annimmt, wird Theresa May, glaube ich zwei Tage später oder so, über eine Verlängerung, eine Verschiebung des Brexits abstimmen lassen. Genau, wozu man immer sagen muss, das hat insbesondere den Grund, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union ansonsten ja am 29. März drohen würde. Das ist so ein bisschen dieses tickende Bombe-Szenario, am 29. März macht es Bumm, ja, wenn bis dahin nichts passiert. Und es gibt im Wesentlichen zwei Möglichkeiten, dieses Bumm noch zu vermeiden. Das eine ist, dass das Vereinigte Königreich ja die Möglichkeit hat, den Brexit generell erstmal abzublasen. Ja, das ist die eine Möglichkeit, das können sie einseitig, da kann dann auch die EU im Grunde nichts dagegen sagen. Das kann also der austrittswillige Mitgliedstaat alleine. Oder die Europäische Union kann einstimmig beschließen, auf Wunsch des grundsätzlich austrittswilligen Mitgliedstaats den Austritt zu verschieben, indem man die Frist, die normalerweise am 29. März ablaufen würde, verlängert. Aber wie gesagt, das ist interessanterweise deutlich schwieriger. Den Brexit canceln kann das Vereinigte Königreich ganz alleine. Die Verschiebung braucht einen einstimmigen Beschluss aller übrigen Mitgliedstaaten der EU. Insofern, alleine eine Abstimmung im britischen Unterhaus würde auch noch nicht zu einer Verschiebung führen. Ja, und das ist jetzt die Frage, also wir gehen mal davon aus, dass dieser Vertrag wahrscheinlich keine Mehrheit bekommen wird. Danach sieht es zumindest aus. Dann wird es eine Abstimmung oder eine Verlängerung geben. Da sieht es zumindest so aus, dass das britische Parlament dem zustimmen würde, zu sagen, ja, wir wollen verlängern. Weil es jedenfalls keine Mehrheit gibt für einen Brexit ohne Vertrag. Also das heißt, wenn wir den Vertrag nicht annehmen und wir wollen keinen Brexit ohne Vertrag, dann werden sie also verlängern. So ist die Frage, die Sache. Oder sie könnten den Brexit canceln, aber dafür gibt es eben auch noch keine Mehrheit. Auch keine Mehrheit, weil sie halt, weil Labour ja auch in den Wahlkampf gezogen ist mit, wir führen euch aus der EU. So wie alle Parteien. So wie eigentlich alle Parteien und sich alle auch an dieses unselige Referendum aus dem Jahr 2016 irgendwie noch gebunden fühlen. Also deswegen für ein Canceln, für ein Exit aus dem Brexit, da gibt es derzeit wohl keine Mehrheit und das ist eher unwahrscheinlich. Also wird es wahrscheinlich darauf hinauslassen, dass zumindest die Briten sagen, ah, 29. März, wir würden gerne nochmal verlängern. Dann ist die Frage, um wie viel? Und es ist die Frage, stimmen denn alle EU-Staaten zu? Also immerhin spricht sich Donald Tusk, der ursprünglich aus Polen stammende Präsident der EU-Kommission dafür aus, für also eine solche Verschiebung. Auf der anderen Seite aber hat er jedenfalls früher immer wieder geäußert, dass eine solche Verschiebung keinen Sinn macht, wenn dahinter nicht auch eine Änderung der britischen Position steht. Wenn es wenigstens noch die Chance gibt, darauf, dass dann tatsächlich ein Deal zustande kommt oder dass der Brexit möglicherweise ganz abgeschafft wird. Also einfach nur auf Zeitspielen hat Donald Tusk bislang immer abgelehnt. Abgelehnt und ja, aber es zeigen sich halt so ein paar Brüche. Emmanuel Macron sagt, wenn eine Verlängerung kein klares Ziel hat, würden wir sie auf keinen Fall akzeptieren. Das sind harte Worte. Harte Worte. Merkel dagegen sagt, wenn Großbritannien etwas mehr braucht, dann werden wir uns da nicht verweigern. Genau und jetzt ist ein bisschen die Frage, was ein klares Ziel ist. Wenn Theresa May einfach nur mehr Zeit braucht, um eine Mehrheit zu organisieren für ihren Vertrag, da muss man ganz ehrlich sagen, das ist eigentlich kein klares Ziel, denn sie hatte jetzt ja einige Monate. Der Vertrag ist, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ende November, Anfang Dezember ausgehandelt gewesen. Das heißt, sie hatte jetzt schon drei Monate Zeit, um eine Mehrheit zu finden. Und man muss einfach sagen, dieser Vertrag ist nicht mehrheitsfähig, insbesondere wegen der sogenannten Backstop-Option, die eben möglicherweise dazu führen würde, dass Großbritannien auf Dauer in einer Zollunion mit der Europäischen Union verbleibt, was natürlich die Brexiteers auf gar keinen Fall wollen. Außerdem muss man sagen, hat dieser Deal ja auch den riesen Nachteil, dass eben noch lange nicht alle Fragen geklärt sind. Also zu ganz vielen Themen enthält auch dieser sogenannte Deal letztlich nur eine Verschiebung bis zum Ende des Jahres 2020. Also dieser Deal hat natürlich Vorteile gegenüber einem ungeordneten Brexit, aber ist beileibe keine Lösung aller Probleme. Das stimmt, aber ein Kalkül, was ich noch gelesen habe, war, warum der Deal vielleicht doch zustimmungsfähig wäre, wäre, dass der Druck auf diese konservativen Tories, auf diese Brexiteers in der konservativen Partei, auf die Hardliner, doch so groß wird, dass sie entweder vor der Frage stehen, Exit ohne Brexit, was keiner will, oder dass sie dann doch sagen können, okay, also das ist vielleicht das kleinere Übel, vielleicht nehmen wir es dann doch. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, letztlich wer zuerst die Nerven verliert, ob zuerst die Brexiteers, die eigentlich diesen Backstop definitiv ablehnen, weil sie sagen, das ist ja dann letztlich kein Brexit, ob die die Nerven verliehen und sagen, na, dann nehmen wir halt doch lieber einen Brexit, den wir eigentlich nur für einen halben Brexit halten. Klammer auf, man kann ja dafür kämpfen, dass es irgendwo noch ein ganzer Brexit wird, das wäre eine Möglichkeit, oder fallen eher diejenigen um, die bislang sagen, nein, der Brexit muss durchgezogen werden und streben dann ein zweites Referendum an und möglicherweise damit einen Exit vom Brexit. Das sind im Grunde die beiden, sagen wir mal, Umfallen ist immer so negativ konnotiert, aber das sind die beiden Meinungsumschwünge, die denkbar sind, die Brexiteers können quasi einen weicheren Brexit mitmachen oder insbesondere Parlamentarier von Labour und sicherlich auch einige aus der konservativen Fraktion können auf den Gedanken kommen zu sagen, nein, also diese Abstimmung 2016 war letztlich fake und wir müssen zumindest nochmal das Volk fragen, ob es denn tatsächlich einen solchen Brexit nach dem Maßgabe des Deal will oder dann vielleicht doch gar keinen. Das Ganze wird ja auch noch verkompliziert, Philipp, durch einen weiteren Zeitdruck, der hinzukommt, also abgesehen mal von diesem Brexit-Szenario 29. März 2019 gibt es ja noch einen weiteren Termin. Ja, es gibt die Europawahlen im Mai und da ist die große Frage, ja, also wenn, also ursprünglich sollte Großbritannien am 29. März raus sein, dann wäre das alles relativ klar gewesen. Der Rest der EU wählt. Der Rest der EU wählt, Anfang Juni konstituiert sich das Parlament, da sind dann halt Briten nicht mit dabei. Anfang Juli. Anfang Juli, Juli habe ich gesagt, oder Juni habe ich gesagt, aber Juli konstituiert sich das Parlament, da wären dann die Briten nicht mit dabei, die hätten nicht mitgewählt, die Sitze sind verteilt, pipapo, das ist alles geregelt. Wenn das jetzt verlängert wird, dann speziell bis Ende Juni, also bis Ende 06, was da in Großbritannien angedeutet wird, dann würde das bedeuten, dass die Wahlen zumindest noch stattfinden mit dem EU-Mitglied Großbritannien. Und die Frage wäre, die ich mir stelle, kann man denn dann den EU-Bürgern in Großbritannien verwehren, bei der EU-Wahl mitzuwählen? Genau, und ich denke, diese Frage zu stellen, klingt auf den ersten Blick so, als wäre das völlig klar. Natürlich könnte man denken, solange Großbritannien Mitglied der EU ist, müssen auch die Briten die Möglichkeit haben, an dieses Parlament mitzuwählen. Und dann säßen aber, wenn sie das täten, säßen dann im Juli eigentlich britische Abgeordnete im Parlament, wo dann aber… Ja, das ist ja nicht sicher, das hängt ja davon ab, ob der Brexit noch wirksam wird. Also wie gesagt, ich wollte erstmal die Gedanken zu Ende führen. Also jedenfalls grundsätzlich müsste man sie natürlich mitwählen, aber man könnte natürlich auch davon eine Ausnahme machen, wenn nämlich Anfang Juli das Parlament erst zusammentritt und man davon ausgeht, dass bis dahin noch ein Brexit zustande kommt. Ja, dann wäre ja diese Teilnahme an der Wahl letztlich nur eine Geldverschwendung, weil ja diese Sitze dann nie quasi besetzt würden. Na gut, aber dann wählen sie nicht, weil sie denken, sie gehen Anfang Juli raus, dann gehen sie aber nicht raus. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Und beide Szenarien sind im Grunde kaum noch realistisch. Also jetzt noch stand Ende Februar, Anfang März, eine Wahl für den Mai vorzubereiten. Da sagen viele britische Behörden, es ist unmöglich, kriegen wir organisatorisch nicht auf die Reihe. Also eigentlich können die Briten gar nicht mehr mitwählen. Das ist auch kein Problem, solange der Brexit tatsächlich bis Ende Juni, Anfang Juli 2019 wirksam wird. Ein richtiges Problem tritt dann ein, wenn es aus irgendeinem Grunde doch keinen Brexit gibt, die Briten aber nicht mitgewählt haben. Dann müsste man sich überlegen, wie man weiter vorgeht. Und ich habe dazu mal gelesen, dass es aber solche Situationen schon auch so ähnlich mal gab. Nämlich wenn neue Mitgliedstaaten der EU beigetreten sind während einer laufenden Legislatur des EU-Parlaments, dann hat man es häufig so gemacht, dass man gesagt hat, wir wählen dann eben nicht direkt, sondern wir lassen die nationalen Parlamente quasi Vertreter entsenden oder wählen für das Brüsseler Schrägstrich Straßburger Parlament, um diese Sitze für die verbleibende Zeit, für die verbleibende Legislaturperiode zu füllen. Und dann ab der nächsten Wahl ist das Land dann richtig dabei. Das wäre eine Möglichkeit, aber das ist natürlich alles nicht toll. Und das führt eben alles dazu, dass man eigentlich vor allem möglichst schnell Klarheit hätte. Denn wenn jetzt tatsächlich klar ist, der Brexit wird abgeblasen, dann müsste man halt sehen, gut, wenn man nicht im Mai wählen kann, dann sollte man vielleicht wenigstens für Juli oder so wahlen. Aber abblasen, wie gesagt, danach sieht es ja im Moment nicht aus. Also es ist ja eher so Vertrag oder harter Brexit. Das sind so ein bisschen die Alternativen, wobei den harten Brexit eigentlich auch niemand will. Da hoffe ich ja doch noch auf die Vernunft der Parlamentarier in Westminster, dass sie wenigstens das irgendwie verhindern. Na gut, sie haben ja mehrheitlich dafür gestimmt, dass sie das nicht wollen. Aber bisher weiß man halt nicht so richtig, was sie denn jetzt wollen. Zwar das Referendum, dafür gibt es noch keine Mehrheit. Was halt Druck aufbaut, ist halt diese neue Gruppe. Ja, das ist noch ein wichtiges Thema. Das, was du auch schon angerissen hast, also wo halt einige Konservative und einige Labour-Abgeordnete sich aus der Fraktion gelöst haben und gesagt haben, hier, wir machen das nicht mehr mit, weil natürlich auch diese Frage Brexit, nicht Brexit, durchquer zu allen Parteien läuft. Also es gibt nicht eine Partei, die ist dafür oder dagegen, sondern es gibt in jeder Partei Fraktion, die sind für verschiedene Varianten von Brexit, nicht Brexit und das läuft so quer durch. Und da haben die sich gesagt, das machen wir nicht mehr mit, sondern wir machen jetzt eine eigene Fraktion und wollen auch eine eigene Partei gründen, die sich für, was ausspricht denn Leave oder Remain? Oder das weiß ich jetzt gar nicht. Ich denke, das war eine Remain-Partei. Right, dann Remain. Also denn sonst macht es ja keinen Sinn. Sonst macht es eigentlich keinen Sinn. Das Problem ist ja eben, dass momentan alle Parteien im Parlament sich mehr oder weniger dezidiert für Leave ausgesprochen haben. Natürlich nicht so ganz aus freien Stücken, sondern unter dem Eindruck dieses unsiligen Referendums von 2016. Und daraus ist jetzt so ein bisschen das Bedürfnis entstanden, einfach eine parlamentarische Vertretung derjenigen auf die Beine zu stellen, die überhaupt nicht für einen Brexit sind. Genau. Und das ist aber dann, also eine eigene Fraktion ist das eine, aber wenn du jetzt irgendwelchen Wahlen mit einer neuen Partei antreten willst, das ist halt in Großbritannien extrem schwierig, weil quasi alle Abgeordneten, die im Parlament sitzen, sind direkt gewählt in ihren Wahlkreisen. Es gibt kein, nicht sowas wie eine Zweitstimme, wo die Parteien dann noch irgendjemanden reinschicken, sondern es gibt Wahlkreise, dort treten Kandidaten an und derjenige oder diejenige, der oder die die meisten Stimmen bekommt, kommt ins Parlament. Punkt. The winner takes it all. The winner takes it all. Und das kann halt heißen, dass du dann irgendwie, du hast ein paar Stimmen, aber längst nicht die Mehrheit, aber eben die meisten Stimmen, ja, dass der Großteil der Stimmen, die in diesem Wahlkreis abgegeben wurden, einfach unter den Tisch fallen, weil du hast halt die meisten und kommst halt rein. Und deswegen ist es halt so schwierig für kleine Parteien in Großbritannien ins Parlament zu kommen, weil die Aussichten, die Gewinnaussichten in diesen Wahlkreisen für kleine Parteien, für kleine Abgeordnete oder Abgeordnete kleiner oder Kandidaten kleiner Parteien ist halt extrem gering. Das kennt man ja auch hier von einer Erststimme, da einen FDP-Abgeordneten zu wählen. Und in der Regel ist in der Regel Verschwendung, weil eben andere Kandidaten die meisten Stimmen einsammeln werden. Und deswegen, aber trotzdem entsteht ja Druck. Trotzdem, glaube ich, entsteht Druck. Durch diese Abweichler aus den beiden Gruppenfaktionen. Also speziell, wenn die dann, diese Gruppe noch größer wird und dann, sie sitzen ja schon im Parlament, ja. Das ist ja bei denen jetzt der Vorteil, dass die eben schon im Parlament sitzen und abstimmen können, aber eben jetzt ihre eigene Gruppe gebildet haben. Also dadurch dürfte auch noch Druck entstehen. Unterm Strich, glaube ich, wissen wir nicht, wie es weitergeht. Nee, aber der Witz ist, das weiß in London auch niemand. Das Problem ist, das haben wir ja auch schon vielfach angedeutet, der Brexit führt einfach zu einigen unlösbaren Problemen. Und jetzt ist die große Frage, wird es die politische Klasse in London noch schaffen, diesen Brexit-Kurs einfach abzubrechen? Oder werden sie es schaffen, irgendeinen mehr oder weniger tragfähigen Kompromiss zu finden? Oder kommt es einfach nur zum Big Bang? Das können wir euch auch nicht sagen, aber wir können immerhin berichten. So langsam, aber sicher zwei, ne, vier Wochen vor dem Big Bang kommt so ein bisschen Bewegung in die Londoner Szene. Wir hatten in den letzten Ausgaben so ein paar soziale Themen. Und da sind in der letzten Woche noch zwei, drei interessante Artikel erschienen. Die finde ich nochmal so ein ganz interessantes Bild auf die große soziale Lage hier in Deutschland, aber auch weltweit unter einem bestimmten Blickwinkel werfen. Und da ist zum einen, und da haben wir auch in dieser Hartz-IV-Debatte ja drüber geredet, dieser Niedriglohnsektor. Und da hat der Spiegel einen ganz interessanten Artikel gemacht und im Stern stand auch ein bisschen was dazu. Das fand ich ganz erhellend, dass das große Problem eigentlich in Deutschland ist dieser große, große Niedriglohnsektor. Niedriglohnsektor, das heißt Leute, die wenig verdienen. Je nach Quelle sind das so 20 bis 25 Prozent der deutschen Arbeitnehmer. Also ja, fast ein Viertel der deutschen Arbeitnehmer, der Arbeitsplätze sind in diesem Niedriglohnsektor. Das ist europaweit sehr weit vorne. Also da gibt es noch ein paar, die haben mehr, aber Polen glaube ich, aber Schweden zum Beispiel hat zehnmal weniger Menschen im Niedriglohnsektor. Oder wir haben zehnmal so viel wie Schweden. Und vor allen Dingen entstehen viele Jobs eben nur, neue Jobs nur in diesem Niedriglohnsektor. Das heißt, diese Leute arbeiten acht Stunden, führen ihr ganzes Leben zum Teil, ein Großteil ihres Einkommens, ihres Bruttoeinkommens an die Sozialkassen ab. Und am Ende landen sie, wir haben das gesagt, eben in dieser Grundsicherung, weil die Rente so wahnsinnig niedrig ist. Und da kann halt sein, dass du nach 45 Jahren diese Grundsicherung bekommst. Aber wenn du heute arbeitest und nach 45 Jahren eine Rente kriegen willst über Grundsicherung, dann musst du heute 12,63 Euro verdienen. Das fand ich eine interessante Zahl, weil ja die Forderung auch dazu geht, irgendwie so einen Mindestlohn von 12 Euro eben einzurechten. Und das hätte dadurch aus, unter dieser Perspektive durchaus seine Berechtigung, wenn du 45 Jahre arbeitest und du willst halt eine Rente über Grundsicherung haben, dass du die mit dem Mindestlohn dann auch erreichst. Und dass du vor allem mit dem heutigen Mindestlohn eben eine solche nicht erreichst, sodass du dann im Prinzip in die, wie hieß die doch gleich, Fairness-Rente? Nee, Solidaritäts-Rente, wie hieß die doch gleich, von Hubert und Teilen. Genau, Grund, also nennen wir sie Grund-Rente, Respekt-Rente, Respekt-Rente, genau. Und was ich auch interessant fand, ist, dass halt die Politik diesen Niedriglohnsektor tatsächlich so ein bisschen zu ignorieren scheint. Denn da wurde zwar viel gemacht, hier Respekt-Rente, Grund-Rente soll kommen, aber bisher kam eben Rente mit 63 und die Mütter-Rente 1 und 2. Und das hat viele, viele, viele Milliarden gekostet, hat aber profitiert, haben eben in erster Linie besser situierte Industriearbeiter und Leuten, denen sowieso schon besser ging, denen kamen dann diese Steuermillionen nochmal zugute. Und ich würde sagen, basierend darauf wäre tatsächlich, A, ich finde grundsätzlich, Dienstleistungen besser zu bezahlen. Also ich finde das, also so ganz grundsätzlich, ja, dass du halt, dass man selber als Verbraucher, Verbraucherin eben darauf achte, dass man nicht zum Friseur geht und einen Haarschnitt für 4,95 Euro kriegt. Das kann nichts sein, weißt du, da kann niemand vernünftig bezahlen. Ja, vielleicht ist der Haarschnitt gut, aber für die haarschneidende Person ist es nicht gut. Irgendjemand zahlt den Preis, irgendjemand zahlt den Preis. Ja, oder, also das ist natürlich ein Beispiel, wobei ich denke, also das ist, ich weiß nicht, ich glaube, man zahlt einfach schon ein bisschen mehr, oder? Ja, aber es gibt auch so. Aber richtig schlimm ist es aus meiner Sicht zum Beispiel im Bereich Lieferdienste. Der DHL-Paketbote oder noch schlimmer der Amazon-Paketbote, also der wird ja typischerweise nun wahrlich nicht gut bezahlt. Und das finde ich so interessant, das ist ja im Grunde, ist das ja quasi das Proletariat des 21. Jahrhunderts. Also das, was die SPD früher mal so als ihre klassische Klientel angesehen hat, den Industriearbeitern, den gibt es ja eben deutlich weniger als früher. Und wenn es ihn gibt, ist der häufig eben gerade nicht mehr prekär bezahlt. Aber genau diese Menschen, Philipp, du hast es angesprochen, die eben in Dienstleistungsberufen arbeiten, keine Lobby haben, häufig nicht gewerkschaftlich organisiert sind, denen geht es halt so richtig dreckig. Und für die sollte sich mal jemand einsetzen. Ich bin mir nicht sicher, welche Partei sich für die einsetzt. Ich habe auch von den Linken bislang keine Initiative gelesen, jetzt mal für die Amazon-Leute was zu tun. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel. Aber solche, oder nehmen wir die Foodora oder Lieferando-Radler, die irgendwie Essen austragen und so. Also es gibt eine ganze Reihe von neuen Serviceberufen, die eben für die Menschen, die diese Berufe ausüben, häufig überhaupt keinen Spaß sind. Und da denke ich, fehlt es so ein bisschen an der politischen Repräsentation und da müsste was getan werden. Ein interessanter Vorschlag übrigens, der diese Woche irgendwie von einem Hörer reinkam. Trinkgeld oder was? Trinkgeld, genau. Also warum eigentlich kann man über die Apps zum Beispiel von Amazon nicht sagen, ja und für den Paketboten lege ich nochmal zwei Euro drauf. Warum geht das eigentlich nicht? Also vermutlich gibt es dafür irgendwelche Gründe, aber ganz ehrlich, ich meine, wenn man doch schon als Verkäufer Unternehmen wie Amazon zum Beispiel eben eigene Lieferservices betreibt, dann wäre es doch organisatorisch ein leichtes, eben für diese Mitarbeiter auch so eine Art Trinkgeldkonto zu führen. Aber ich denke, unterm Strich führt nichts an einem höheren Mindestlohn vorbei. Zwölf Euro wäre ja so eine Forderung. Da gibt es nur einige, die sagen, wow, das müsste aber schrittweise kommen, weil eben sonst es sein kann, dass die Leute nicht mehr verdienen, sondern einfach ihren Job verlieren. Das ist ja auch keine Lösung. Deswegen müsste das so schrittweise kommen und dann immer mal wieder überprüfen, ob das irgendwelche Nebeneffekte hat. So eine Sache war auch noch, das ist auch noch so ein Ding, weil wir so viel über Hartz IV gesprochen haben. Du hast halt in diesem Niedriglohnsektor hast du Löhne, die, also als Gebäudereiniger, so zum Beispiel, die häufig nur ganz, ganz wenig über deinem Hartz-IV-Satz liegen. Also sozusagen, wenn du Hartz IV hast, dein Grundsatz IV und hat irgendwas Euro, dann kommt ja noch der Mietzuschuss dabei und hier Fernsehgebühr, wie heißt das, Haushaltsabgabe. So, das zahlt dir der Staat ja auch noch. So, dass du aber mit Hartz IV und wenn du dann noch ein bisschen was zuverdienst, du kannst ja einen gewissen Teil, ein paar Euro kannst du dann noch zuverdienen, obwohl du Hartz IV bekommst, so Aufstocker. So, wenn du das so machst, dann landest du mit Hartz IV aufstocken etc. ganz nah an diesen geringen Löhnen von Leuten, die acht Stunden die Woche arbeiten. Und da fragt man, die fragen sich dann natürlich auch, was gehe ich denn hier noch, mache ich mir den Buckel krumm, kann ich Hartz IV nehmen und noch was dazu verdienen. Hängt noch ein bisschen was anderes dran, aber dieses Lohnabstandsgebot, was es ja gibt, das ist mitunter schwer umzusetzen. Und einen anderen Aspekt, auf den ich noch gestolpert bin, das war im Handelsblatt, Bert Rörup, der war, was war der mal, der war, war der mal ein Minister? Nee, der war nicht, der war einfach nur Berater, glaube ich. Ich meine auch, ich glaube nicht, ist der Minister, aber das kann man nochmal klären. Genau, aber der hat schon auch so seine, sagen wir mal, seine speziellen Interessen, was so Förderungen von privater Altersvorsorge, glaube ich, angeht. Der ist Leiter von so einem Institut, was sich darum kümmert mittlerweile. Jedenfalls hat der aber im Handelsblatt einen Punkt gemacht, zu dem wir in der Lage auch schon früher mal eine Studie verlinkt hatten. Und zwar geht es um diese sogenannte Lohnquote. Also dadurch, dass unter anderem eben so viele Menschen im niedrigen Lohnsektor arbeiten, geht die Lohnquote zurück. Das ist sozusagen der Anteil am Volkseinkommen, der in Löhnen ausgezahlt wird. Im Gegensatz zu zum Beispiel Einnahmen aus Geldanlagen oder aus Mieten. Genau, Unternehmensgewinne auch, also Veräußerungserlöse, also Gewinne, Zinsen, also sozusagen das, was man so mit Kapital machen kann. Und dieser, sagen wir mal, dieser Anteil von, der Anteil von Gewinnen, Zinsen, Veräußerungserlösen und Mieten am Volkseinkommen, also was insgesamt so erwirtschaftet wird, der steigt. Und zwar ist die Lohnquote verglichen mit, der steigt und der Anteil der Löhne sinkt. Und die Lohnquote, die ist heute sechs Prozent niedriger als in den 80er Jahren, obwohl so viele Leute arbeiten wie nie. Das heißt, also die werden zwar an sehr viele Menschen Löhne gezahlt, aber die sind im Vergleich zu dem, was andere Menschen einnehmen durch Mieten oder durch Spekulationsgewinne zum Beispiel. Oder was bei Unternehmen hängen bleibt, durch Unternehmensgewinne und so. Und dann, also Rürup nennt dann so auch ein, zwei Thesen und die wurden aber auch schon in dieser besagten Studie, sagen wir mal, den wurde widersprochen. Das war eine Studie im Harvard Business Review, ist auch nochmal verlinkt. Und diese erste These, warum liegt denn das eigentlich, ist, Investitionsgüter sind billiger. Also es gibt für Unternehmen einen hohen Anreiz, Menschen durch Maschinen zu ersetzen. Also sozusagen, es arbeiten insgesamt immer weniger Menschen, deswegen werden weniger Löhne ausgezahlt, deswegen sinkt der Lohnanteil am Volkseigentum. Das liegt daran, dass immer mehr Roboter eingesetzt werden. Und diese Studie im Harvard Business Review sagt, na, eher nicht, weil das eine sehr hohe Flexibilität voraussetzt in den Firmen. Dass du sozusagen sagst, wir haben jetzt zwar noch Menschen, aber jetzt ist der Preis irgendwie für Maschinen gesunken, jetzt ersetzen wir die alle durch Maschinen. Das geht einfach, das ist einfach nicht so simpel. So einfach ist das nicht. Und die zweite These wäre, Globalisierung, die bringt Rürup auch, also internationale Arbeitsteilung, viel wandert einfach in Billiglohnländer ab, deswegen sinken die Löhne hier oder es gibt halt weniger Arbeitsplätze. Aber auch da sagt diese Studie, na, eher nicht, denn die Lohnquote sinkt weltweit und zwar auch in China. Und sie sinkt auch in Branchen, in den USA etwa, die nicht an der Globalisierung so sehr hängen. Ja, also und jetzt kommt es sozusagen zu dieser dritten These und die hat diese Studie auch mit Fakten untermauert, dass die argumentieren, dass weltweite Sinken dieser Lohnquote läge an diesen Superfirms, wie die das nennen. Also an extrem große Unternehmen, wie Apple, Amazon, so, die einen immer größeren Anteil an diesem Volkseinkommen übernehmen, erwirtschaften. Jetzt zahlen diese Unternehmen natürlich ihre Leute extrem gut, mitunter. Also bei Facebook 250.000 im Jahr ist da, glaube ich, keine Seltenheit. Dollar. Dollar, so. Aber sie machen eben pro Arbeitnehmer einen extrem hohen Gewinn, sodass sozusagen der Unternehmensgewinn überproportional steigt, verglichen mit dem, was sie ihren Arbeitnehmern zahlen. Plus, dass sie halt aufgrund von Digitalisierung etc., dass diese Superfirmen, sagen wir mal, eine Tendenz haben, ihren Markt mehr oder wie komplett zu übernehmen. So, dass du sozusagen Superfirmen hast, die wachsen, die immer mehr von diesem Volkseinkommen erwirtschaften, aber aufgrund ihrer Struktur, weil sie halt so viel Gewinn pro Arbeitnehmer machen, dass die Lohnquote insgesamt sinkt. Und das würde sozusagen das Argument ist, diese neue Art von Firma, diese digitalisierte Monsterfirma ist sozusagen das Problem. Also jedenfalls leistet sie einen erheblichen Beitrag dazu, dass eben die Lohnquote sinkt. Und jetzt könnte man natürlich noch sagen, okay, das ist jetzt ja im Wesentlichen Statistik. Ist das denn ein Riesenproblem, wenn dann eben Unternehmen Gewinne machen oder wenn Leute Gewinne machen aus Mieteinnahmen? Das ist doch letztlich nicht so ein Problem. Da muss man natürlich sagen, das kann dadurch zum Problem werden, dass die Gewinne, die Menschen als Löhne ausgezahlt bekommen und die Gewinne, die Unternehmen machen oder die Menschen mit Mieten machen oder mit anderen Kapitalrenditen, dass die einfach sehr unterschiedlich mit Steuern und Sozialabgaben belegt sind. Das ist das große Problem dabei. Man zahlt eben beispielsweise ja keine Rentenbeiträge, keine Krankenversicherungsbeiträge auf Mieteinnahmen oder auf Spekulationsgewinne aus Aktienpaketen. Das heißt also, viele Einnahmen beteiligen sich nicht an den solidarischen Finanzierungssystemen, die es so gibt in Deutschland. Also insbesondere an Sozialversicherungen. Und das ist einfach ein großes Problem. Wenn dann die Lohnquote nämlich immer weiter sinkt, dann führt das zugleich dazu, dass erhebliche Teile der Einnahmen, die Menschen und auch Unternehmen machen in Deutschland, eben nicht mitarbeiten quasi an der gemeinsamen Finanzierung. Und das führt letztlich einfach dazu, dass zum Beispiel Renten immer schwerer zu finanzieren sind, dass Krankenversicherungsbeiträge immer teurer werden. Und insgesamt, wenn also dieser Trend sich fortsetzt, sehen Experten da durchaus eine Gefahr für die Stabilität, Umlage finanzierter Sozialsysteme. Genau, da muss man sich natürlich vor Augen halten. Mein Herr Rürup nennt dann immer so Beispiele aus Schweiz, Niederlande, Schweden, Norwegen, wo immer die Vorsorge immer kapitalgedeckt ist. Also wo immer Geld angelegt wird, in welcher Form auch immer. Also das ist jetzt ein Fachbegriff, kapitalgedeckte Versorgungssysteme. Das bedeutet auf Deutsch Rentenähnliche Systeme, die aber auf Ansparen basieren. Genau, du sparst was an, irgendjemand legt das Geld an und aus den Gewinnen werden halt diese Renten finanziert. Und das ist sicherlich eine Sache, wie gesagt, Rürup hat da glaube ich so seine eigenen Interessen. Aber wenn man sagt, die umlagefinanzierten Sozialsysteme sind in Gefahr, wir gehen ja davon aus, die Rente hier wird gezahlt von Leuten oder aus einem Topf, wo von Löhnen ein Beitrag in die Rentenkasse abgezogen wird und davon werden Renten gezahlt. Aber das ist ja auch heute schon nicht mehr die Realität. Heute zahlt der Steuerzahler jedes Jahr fast 100 Milliarden Euro in die Rentenkasse und trägt quasi schon ein Drittel dieser Rentenzahlung, das ist heute schon so. Mit anderen Worten, also ganz so ist es dann auch wieder nicht, dass nur die Löhne sich beteiligen an den solidarischen Finanzierungssystemen. Also mittelbar über die Steuern tragen eben auch andere Einkommensarten durchaus zur Finanzierung der Rente bei, aber beispielsweise nicht so sehr zur Finanzierung der Krankenversicherungen. Also grundsätzlich muss man sich schon Gedanken darüber machen, wenn das so weitergeht, dass die Lohnquote immer weiter sinkt im Vergleich zu anderen Einkommensarten, ob man dann möglicherweise Mittel und Wege findet, weniger Löhne spezifisch zu belasten. Man könnte ja beispielsweise auch Krankenversicherungsbeiträge generell bemessen am zu versteuernden Einkommen. Ja, Stichwort Einkommenssteuerbescheid. Warum eigentlich werden nur Löhne, nur um mal ein Beispiel zu bringen, warum werden eigentlich nur Löhne mit Krankenversicherungsbeiträgen belastet und nicht das Einkommen insgesamt? Gibt es eigentlich auf den ersten Blick jedenfalls keinen Grund dafür. Würde mich mal interessieren, ob Menschen von unseren Hörerinnen und Hörern dazu eine gute Idee haben. Wir haben ja Kommentare zu unserer Sendung. Würde mich interessieren, ob es da eigentlich Untersuchungen dazu gibt, warum das so sein muss. Da gab es kurz noch Feedback zu dieser Hartz-IV-Sanktion, über die letztes Mal gesprochen wurden. Apropos Kommentare. Genau, wo sich auch Leute aus Arbeitsagenturen gemeldet haben. Und das deckt sich auch mit dem, was Kollege Andreas Hofmann im Stern recherchiert hat. Ja, es gibt diese Sanktionsmöglichkeiten, aber sie werden sehr, sehr selten angewandt. Also im Stern steht drei Prozent der Fälle. Drei Prozent der Menschen, die Hartz-IV bekommen, werden mal sanktioniert. Und dann auch sehr selten zu 100 Prozent. Also da wird dann wirklich, denen wird dann wirklich alles gekürzt. Aber es gibt dann auch mal zehn, ich weiß nicht, die Stufen habe ich jetzt nicht vor Ort, im Kopf. Es wird wohl schon sanktioniert, aber eben sehr, sehr selten. Und dieser Sternartikel macht dann auch den Punkt, wo dann auch Hartz-IV-Empfänger selber zu Wort kommen und sagen, ja, so ein bisschen Druck, zumindest dieses Damoklesschwert, das hilft schon vielen ein bisschen auf die Sprünge. Also die Möglichkeit, dass man sanktioniert werden könnte. Genau. Das Problem, du hast es ja letztes Mal angeguckt, dass es das Existenzminimum ist, was da ausgezahlt wird. Und dass das dann noch gekürzt werden darf und manchmal auch gekürzt wird, das bleibt. Aber es ging nochmal hier darum, die Größenordnung zurechtzurücken. Ja, also das, wir hatten ja auch letztlich zu den Größenordnungen uns, glaube ich, nicht geäußert. Nicht wirklich, nee. Ich weiß nicht, Philipp, du hast es gerade schon im Grunde ja angedeutet, dieses Damoklesschwert, dieses Bedrohungsszenario, es könnte passieren. Und ich glaube, dass das eigentlich auch das Hauptproblem ist. Selbst wenn nur ganz wenig Leute tatsächlich sanktioniert werden, gibt es einfach diese Angst vieler Menschen davor, dass ihnen das passieren könnte. Es gibt jedenfalls immer wieder Presseberichte auch über, sagen wir mal ganz vorsichtig, fragwürdige Sanktionierungen. Das deckt sich auch mit dem, was ich von Kollegen höre, die am Sozialgericht tätig sind hier in Berlin und die da eben mit solchen Fällen zu tun haben. Und unser Punkt in diesem Zusammenhang war ja auch, dass allein schon diese psychologische Wirkung in bestimmten Situationen fatal sein kann, weil es einfach dazu führt, dass manche Menschen den Eindruck haben, sie stehen quasi am Abgrund. Wenn man erstmal auf Hartz IV ist, muss man ja sehr viel von seinem Ersparten aufbrauchen, fast alles eigentlich. Man muss unter Umständen umziehen und so. Und diese ganzen, und die Sanktionen, diese ganzen dramatischen Folgen von Hartz IV führen einfach zu einer großen emotionalen Verunsicherung. Und die hat eben alle möglichen politischen Folgen, unter anderem eben möglicherweise eine Neigung zu Rechtsradikalismus. Wie gesagt, das ist nicht der einzige Grund, warum Leute ins rechtsradikale Milieu abdriften, aber diese Verunsicherung durch Hartz IV ist jedenfalls ein denkbarer Grund. Es hat diese Woche mehrere Urteile gegeben von unterschiedlichen Gerichten und ein paar davon wollen wir uns mal zur Brust nehmen. Das eine ist, dass der NGO Attac die Gemeinnützigkeit aberkannt wurde. Das hat für sehr viel Aufregung gesorgt. Kurz mal die Fakten. Ja, ganz genau. Attac war, muss man ja inzwischen sagen, ein gemeinnütziger Verein. Gemeinnützig bedeutet, dass das Finanzamt anerkannt hat, dass dieser Verein ausschließlich unmittelbar gemeinnützige Zwecke verfolgt hat. Und das zuständige Finanzamt für Attac hat genau diese Anerkennung vor einigen Jahren bereits zurückgenommen. Dagegen hat Attac dann geklagt. Wenn eine Finanzbehörde, ein Finanzamt etwas tut, was man nicht möchte, dann kann man dagegen klagen vor den Finanzgerichten zunächst mal. Dort hat Attac auch noch gewonnen in der ersten Instanz. Die Finanzverwaltung allerdings hat dagegen den Bundesfinanzhof angerufen. Das ist der oberste Gerichtshof für Steuern und Abgaben in Deutschland, nee, für Steuern und Zölle, nicht Abgaben generell, für Steuern und Zölle in Deutschland mit Sitz in München. Und dieser Bundesfinanzhof hat jetzt entschieden, dass Attac in der Tat nicht gemeinnützig ist. Also Attac ist ja, für die, die es nicht wissen, so ein, das heißt immer so globalisierungskritische Organisation, die sich aber sehr viel mit ökologischen Fragen, Klimawandel und auch sozialen Fragen auf der Welt befasst. Und genau, dazu muss man jetzt aber mal erklären, was ist denn überhaupt gemeinnützig? Also was ist da die Messlatte? Ja, gemeinnützig können unter anderem Vereine sein, aber eben nur dann, wenn sie ausschließlich unmittelbar Zwecke verfolgen, die als gemeinnützig anerkannt sind. Und gemeinnützig ist jetzt eben nicht etwa etwas, wo man einfach so denkt, das ist doch gut irgendwie für uns alle, sondern da gibt es eine lange und auch abschließende Liste und zwar in Paragraf 52 der Abgabenordnung. Da ist alles mögliche als gemeinnützig anerkannt. Ja, Sport, insbesondere unter Einschluss des Schachspiels ist da genannt, aber auch zum Beispiel die Kleingärtnerei oder das Amateurfunken. Und auch solche schönen Dinge wie, und darum geht es in diesem Fall, die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens oder die Volksbildung. Und gerade Volksbildung klingt ja jetzt erstmal gut bei so einem Verein, der sich eben beschäftigt mit politischen Fragen, der auch bestimmte, zum Beispiel bestimmte Steuern gefordert hat. Eine klassische Forderung von Attac war ja die Forderung nach einer Finanztransaktionssteuer. Da könnte man ja sagen, das fällt ja unter Volksbildung, wenn sich so ein Verein dafür einsetzt, ein bestimmtes Ziel voranzubringen. Aber das hat der Bundesfinanzhof jetzt anders entschieden. Was steht denn in dem Urteil drin? Ja, der Bundesfinanzhof hat auf seiner Jahrespressekonferenz jetzt mitgeteilt, dass die Verfolgung politischer Zwecke im Steuerrecht als solche nicht als gemeinnützig anerkannt ist. Das heißt also, wenn die politischen Zwecke quasi Selbstzweck sind, dann ist das nicht gemeinnützig. Anders allerdings ist es, wenn man sich politisch tätigt, betätigt vielmehr, um einen der anderen Zwecke aus diesem Katalog zu verfolgen. Also ein Beispiel, ein Umweltschutzverein, ja, Umweltschutz ist ein gemeinnütziger Zweck, ein Umweltschutzverein darf auch politische Lobbyarbeit machen, zum Beispiel für bessere Umweltschutzgesetze. Also man kann mit politischer Lobbyarbeit seine als solches gemeinnützigen Zwecke verfolgen. Was man aber nicht machen kann, ist, direkt politische Arbeit durchzuführen als solche, weil das eben nicht gemeinnützig ist. Also du musst sozusagen ein Thema, dir eines Themas annehmen, was in dieser Liste steht, in dieser Abgabenverordnung und für dieses Thema darfst du dich dann politisch einsetzen. Das darfst du machen, genau. Und dann kannst du auch gemeinnützig sein, aber du kannst nicht sagen, ah, ich fördere die Demokratie, ich engagiere mich politisch und setze mich ein und bist damit schon per se gemeinnützig, egal zu welchem Thema du dich engagierst. Ganz genau, das ist der Punkt, also um das ein bisschen bildhaft zu formulieren, was in Ordnung ist, ist politisches Engagement als Hebel, um einen gemeinnützigen Zweck zu verfolgen. Was nicht okay ist, ist politische Betätigung als Zweck an sich, einfach weil das keine Betätigung ist aus diesem Katalog des § 42 AO. Also für den Attac hat das natürlich, also gemeinnützig ist natürlich einerseits, du zahlst wenig oder keine Steuern, glaube ich. Ja, es gibt bestimmte eigene Vorteile, aber der Hauptvorteil ist, dass du dann sogenannte Zuwendungsbescheinigungen ausstellen kannst und das bedeutet, dass Menschen, die dir eine Spende spenden, das wiederum von ihrer Steuer abziehen können, Menschen, aber auch Unternehmen zum Beispiel. Okay, kommen wir mal zur Bewertung, was spricht denn jetzt dafür und dagegen? Also man kann an dieser Entscheidung kritisieren, dass zum Beispiel die Lobbyarbeit von Konzernen oder von Unternehmen natürlich auch gnadenlos politisch ist, ja, und die sind aber nicht auf die Gemeinnützigkeit angewiesen. Also wenn ein Unternehmen, stellen wir uns vor, ein Automobilhersteller möchte lobbyieren für bestimmte laxe Regelungen im Umweltschutzbereich, ja, wäre ja denkbar. Rein theoretisch. Rein theoretisch. Dann könnte dieses Unternehmen die Kosten, die dafür anfallen, alle als Werbungskosten von der Steuer absetzen. Dafür brauchen sie keine Gemeinnützigkeit. Auf der anderen Seite, wenn die Zivilgesellschaft, ja, also nicht gewinnorientierte Unternehmen, sondern zum Beispiel Vereine sich für politische Ziele einsetzen wollen, dann müssen sie dafür de facto gemeinnützig sein, weil normalerweise NGOs sehr unterfinanziert sind, weil die allermeisten generell unterfinanziert sind und sie haben es schon mal besonders schwer, wenn sie keine Spendenquittung ausstellen können, ja, also man spendet ja eben normalerweise an einen Verein in der Erwartung, dass man dafür auch eine Spendenquittung bekommt. Das heißt also, das Urteil ist ein harter Schlag für die Zivilgesellschaft, jedenfalls insoweit, als sie sich unmittelbar politisch einsetzen. Wie gesagt, Umweltschutzverbände zum Beispiel können das weiter auch politisch tun, aber diejenigen Vereine oder anderen Organisationen, die sich für bestimmte politische Ziele einsetzen können, wenn sie noch so sympathisch sein mögen. Die nicht in der Liste sind, genau. Das ist immer das Problem, man muss jetzt immer genau gucken, hat man ein Ziel, das in dieser Liste steht und nur dann ist man gemeinnützig. Insofern muss man sagen, verschiebt sich durch dieses Urteil einfach noch weiter so ein bisschen die Balance, zum Beispiel bei der Lobbyarbeit im Bundestag. Ich war vor ein paar Wochen ja mal bei so einer Anhörung, da war das auch schon total krass, dass man gemerkt hat, so die Industrieinteressen sind einfach wunderbar vertreten, weil die einfach sehr viel Geld haben. Während die Zivilgesellschaft da große Probleme hat unter Umständen, es gibt ja gerade einen richtigen Trend dazu, Organisationen aus der Zivilgesellschaft die Gemeinnützigkeit abzusprechen. Also zum Beispiel hatte die FDP einen Antrag gestellt, der sich im Ergebnis jedenfalls dafür aussprach, Organisationen wie PETA die Gemeinnützigkeit abzusprechen. PETA ist so eine Organisation, ein Tierschutzverein, der unter anderem aber auch in Ställe eingebrochen ist oder eingedrungen, meistens waren die Türen auf, um dort zu dokumentieren, dass Tiere eben unter Verstoß gegen bestimmte Vorschriften gehalten werden. Ja, so wurde quasi Verstöße gegen Tierschutzgesetze nachweisen, indem sie da reingelaufen sind. Das ist aber natürlich auf den ersten Blick verboten, zum Beispiel wegen Haus Friedensbruchs und da hatte die FDP sich auf die Fahnen geschrieben, PETA quasi den Hahn zuzudrehen, indem sie sagen, wer sowas macht, verdient die Gemeinnützigkeit. Der Deutsche Umwelthilfe ist ja auch unter Beschuss. Genau, da hat ja die CDU zum Beispiel einen Parteitagsbeschluss gefasst mit dem Ziel der Deutschen Umwelthilfe, Klammer auf, das sind die, die ständig klagen für bessere Luftqualitäten in den Städten, denen den Hahn zuzudrehen. Also es gibt momentan quasi einen stark Trend, Organisationen aus der Zivilgesellschaft, die Gemeinnützigkeit abzusprechen und das führt im Ergebnis einfach zu einer deutlichen Verschiebung der Kräfte im Bundestag, weil das dann für die Zivilgesellschaft noch schwieriger wird, quasi eigene Lobbyarme zu machen und für Unternehmen ist das überhaupt kein Problem, weil die auf Gemeinnützigkeit nicht angeboten sind. Wir haben Kohle genug. Es gibt aber noch ein Argument, finde ich, was, sagen wir mal, was dieses Urteil noch in einem anderen Licht erscheinen lässt ein bisschen, denn, sagen wir mal, wenn du dich allgemein politisch engagierst, dann kann man das ja in einer Partei machen oder du kannst eine Partei gründen, statt einen Verein zu gründen, bist dann aber sehr streng Transparenzregeln unterworfen, musst genau da liegen, woher du das Geld hast, du musst das alles aufschlüsseln und pipapo, also musst sehr transparent machen, wer dich da finanziert. Und diese Regeln für ein allgemeines politisches Engagement innerhalb von Parteien, das kannst du halt umgehen, indem du einen gemeinnützigen Verein gründest. Da kannst du Geld einsammeln, so viel du willst, du musst das nicht offenlegen, kannst dich aber allgemein politisch zu irgendwelchen Themen engagieren. Genau, also das ist, denke ich, wirklich eine Gefahr, die man sehen muss. Mit der Gemeinnützigkeit könnte man theoretisch eben die Regelungen, die strengen Regelungen über die Transparenz der Parteienfinanzierung umgehen, indem man halt einfach beliebig und ohne, dass das irgendwie veröffentlicht werden muss, an einen parteinahen Verein spenden könnte, der sich dann eben für die Zwecke dieser Partei einsetzt. Insofern kann ich da schon einen gewissen Sinn drin sehen, denn, dass man versucht, so eine mittelbare Politikfinanzierung über das Mittel der Gemeinnützigkeit und des Vereinsrechts irgendwie zu verhindern. Das finde ich im Ansatz eine ganz gute Idee. Das Problem ist natürlich nur, dass es jetzt ausgerechnet Attacke getroffen hat und ganz viele andere nicht. Ja genau, also es gibt natürlich, also man stolpert ja immer schon, wir sind immer schon mal darüber gestolpert, so dieser Verein soll gemeinnützig sein, so, naja, von mir aus. Also beispielsweise CDU-Wirtschaftsrat, glaube ich. Gibt es so einen CDU-nahen Verein, der irgendwie Wirtschaftspolitik macht? Wirtschaftspolitik oder, ich habe es auch mal nachgefragt, Deutsche Gesellschaft für Wehrtechnik, ist eine Rüstungslobby, gemeinnützig. Was? So, schreiben Sie auch, steht auf Ihrer Webseite. Das ist ja interessant, da möchte man wirklich gerne mal wissen, warum eigentlich. Stiftung der Familienunternehmen, ist gemeinnützig, setzt sich aber sehr dafür ein oder hat sich sehr dafür eingesetzt, dass es keine Erbschaftssteuer für Unternehmen zum Beispiel gibt, bei der Reform, die anstand. Also die haben sich sehr spezifisch engagiert für ein Thema, was vermute ich mal nicht in dieser Verordnung drinsteht, was als gemeinnützig anerkannt ist. Eine Sprecherin von Attacke sagte in der SZ auch der Förderverein für die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, also so ein Lobbyverband der Arbeitgeberverbände, dieser Verein sei gemeinnützig. In der Lobbypedia steht aber, dass der Verein 2017 aufgelöst wurde und verweist auf das Vereinsregister beim Amtsgericht Köln. Ist ein bisschen peinlich, dass der SZ das im Interview nicht nachschlägt. Oder das unkommentiert abdruckt. Ja, einfach so abdruckt und dann nehmen wir mal googelt, sag mal, gibt es diesen Verein eigentlich noch? Aber ich meine, das ist natürlich wahr, da hätte man natürlich nachrecherchieren sollen, aber ich sage mal, der Punkt ist natürlich trotzdem gemacht. Warum eigentlich muss ein Förderverein dieser Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft, der also eine ganz klar neoliberale wirtschaftspolitische Agenda verfolgt, wieso ist der eigentlich gemeinnützig? Allgemein und nicht basierend auf diesen Punkten, genau. Warum ist der gemeinnützig? Das wiederum, also da gibt es ja das eine Argument, was man jetzt machen könnte, ist, okay, nehmen wir das mal so hin, dass diese Logik des Gerichts nachvollziehbar ist, dass Attac die Gemeinnützigkeit entzogen wird. Dann müsste aber mindestens noch tausend anderen Vereinen die Gemeinnützigkeit entzogen werden, was dann wiederum aber trotzdem diesen Missstand nicht behebt, dass es ein Ungleichgewicht zwischen Wirtschaft und zivilgesellschaftlichen Lobbyverbänden gibt. Genau, und das ist das eigentliche Problem dabei. Ich sehe diese Gefahr der mittelbaren Politikfinanzierung, aber so breit wie die Entscheidung jetzt gefasst ist, politisches Engagement ist generell nicht gemeinnützig, es sei denn, man verfolgt damit einen spezifisch gemeinnützigen Zweck. Das finde ich extrem gefährlich, Philipp, du hast es gerade gesagt, weil das eben dieses längst schon bestehende Ungleichgewicht zugunsten von, ich sag jetzt mal etwas platt, sehr wohlhabenden Unternehmensinteressen oder eben auch zum Beispiel Stichwort Stiftung, Familieunternehmen, eben reiche Privatleute, weil es also dazu führt, dass die Interessen von Menschen oder Unternehmen, die wohlhabend sind, noch mehr überwiegt die Repräsentation von Interessen, die eben nicht so viel Geld haben. Genau, weil die Finanzierung dieser Interessen eben schwerer wird, dadurch, dass sie nicht mehr dann so einfach von der Steuer abzusetzen sind. Ganz genau und deswegen würde ich denken, ja, man muss diese mittelbare Parteifinanzierung natürlich verhindern, da bin ich völlig dabei, denn sonst laufen diese ganzen Vorschriften über die Transparenz der Parteienfinanzierung leer, aber da sollte der Gesetzgeber jetzt nachsteuern. Politisches Engagement sollte im Prinzip gemeinnützig sein, das Streiten für politische Themen sollte gemeinnützig sein und zwar nur dann nicht, wenn es sich letztlich eben tatsächlich darstellt als eine mittelbare Parteifinanzierung. Also wenn man sehen kann, dass eine gemeinnützige Organisation in der Sache Parteipolitik macht, dann denke ich, ist eine Schwelle überschritten, dann kann man sagen, okay, dann muss sie sich eben diesen Transparenzregeln unterwerfen, aber auch selbst dann muss man noch nicht unbedingt die Gemeinnützigkeit absprechen. Also das finde ich, ist ein Gebiet, wo der Gesetzgeber ran muss. Leider muss man sagen, war auf dieser Anhörung, wo ich vor ein paar Wochen war im Finanzausschuss des Bundestages, war sehr deutlich, dass, also insbesondere bei Union und FDP, es eine große Neigung gibt, bei der Gemeinnützigkeit eher noch strenger zu werden. Also quasi ein Schutz von gemeinnützigem Engagement wird wohl so einfach nicht mehrheitsfähig sein. Die SPD hat da aus meiner Sicht keine klare Position bezogen, bisher Linke und Grüne hingegen haben sich sehr deutlich dafür ausgesprochen. Das gemeinnützige Engagement zu stärken. Vielleicht kleiner Disclaimer am Rande. Ich bin natürlich auch in einem gemeinnützigen Verein aktiv. Also die GFF ist jetzt glaube ich nicht gefährdet von diesen Diskussionen, weil wir keine Politik machen, sondern weil wir uns eben mit rechtlichen Mitteln für Grundrechte einsetzen. Aber trotzdem habe ich natürlich ein Interesse daran, wie das Gemeinnützigkeitsrecht aussieht. Das sollte man vielleicht der Fairness halber sagen. Diese Woche hat der Papst eine Konferenz abgehalten und beendet, in der es um die Frage ging, wie dieser Missbrauch von Menschen in der katholischen Kirche beendet werden kann. Also die ging, wie gesagt, diese Woche ging diese sogenannte internationale Kinderschutzkonferenz im Vatikan zu Ende. Und wir erinnern uns, wir haben da auch schon drüber geredet über den deutschen Aspekt, aber das ist eben ein weltweites Phänomen, dass zehntausende Priester über Jahrzehnte Kinder und eben auch Frauen als Nonnen missbraucht haben. Die Kirche hat das vertuscht und geleugnet und die haben gelogen. Die haben die Priester, sind viele noch im Amt, die wurden einfach nur woanders hingesetzt, ohne den neuen gläubigen Gemeindemitgliedern das häufig zu sagen, wen sie da jetzt in ihrer Gemeinde haben. Es gibt ein Heer ungezählter und traumatisierter Opfer, die keine Beziehungen mehr führen können, die keine Kinder mehr kriegen wollen. Und die Kirche rückt diese Akten häufig nicht raus, die behindert Ermittlungen. Und die Preisfrage ist natürlich, gibt es sonst noch eine andere Organisation, die mit sowas durchkommen würde? Und jetzt hat Papst Franziskus am Abschluss dieser Konferenz gesagt, an die sich übrigens große Hoffnungen geknüpft hatten, die Kirche will gegen sexuellen Missbrauchs in ihren Reichen hart vorgehen. Sie will das nie wieder vertuschen. Umdenken will sie bei der Priesterausbildung mithilfe externer Experten und sie will eine bessere Betreuung von Opfern. Okay, aber längst nicht so konkret, wie man sich das gehofft hätte. Aber dann sagt er sowas, ja, die meisten Missbrauchsfälle sind ja auch außerhalb der Kirche. Und es müsste überhaupt pädopornografische Inhalte im Internet strenger reguliert werden. Und der Kampf gegen den Sextourismus müsste verstärkt werden. Und die Kirche überhaupt müsse sich über alle ideologische Polemiken und journalistischen Kalküle erheben. Medien würden die Dramen, die Minderjähriger erleben, oft instrumentalisieren. Das ist ja Whataboutism. Ja, das ist Whataboutism. Das ist Problem A. Ja, ist spannend, aber lass uns mal über Problem B reden. Was ist denn eigentlich mit Problem B? Ja, und Problem C ist auch voll hart. Ja, genau. Ja, und Problem D. Lass uns doch mal, dass der Klima handelt. Genau, so. Also das finde ich macht klar, auch nachvollziehbar, was Matthias Katsch dazu sagt vom Opferschutzverband Ekliger Tisch. Er sagt, die Rede des Papstes sei ein schamloser Versuch, an die Spitze der Bewegung zu setzen, ohne sich der eigenen Schuld und dem eigenen Versagen zu stellen und echte Veränderungen anzugehen. Und da würde ich auch sagen, Leute, jetzt macht ihr so eine Konferenz und das Thema ist wirklich, wirklich bekannt und bewiesen und durchdacht und belegt. Und da kommt eigentlich nichts an konkreten Sachen bei rum. Und da würde ich sagen, die Kirche ist einfach zu einer Aufklärung nicht fähig. Die müssen, diese Aufklärung dieser Missbrauchstaten, das muss an Staat und Justiz übergeben werden. Die Kirchen müssen kompromisslos mit Staatsanwaltschaften zusammenarbeiten. Die müssen quasi, wenn sie das nicht selber ihre ganzen Akten öffnen, dann müssen die halt durchsucht werden und beschlagnahmt werden. Denn Täter, finde ich, müssen entlassen werden und vor allen Dingen braucht die Kirche Frauen. Also sowohl als Priesterinnen als auch als Ehefrauen für diese Priester. Also das Zölibat, finde ich, muss weg. Das heißt ja nicht, dass Priester nicht im Zölibat leben können, freiwillig. Das stimmt, ja. Aber dann bitte wirklich in der Tat freiwillig. Ich meine mal ganz ehrlich, wir haben das ja vor einigen Wochen schon mal in der Lage diskutiert. Da gab es dann einigen Widerspruch, weil einige Leute das so verstanden hatten, als wären wir der Meinung, dass irgendwie der Zölibat so eine Art Entschuldigung ist für Missbrauch. Das wäre natürlich ein großes Missverständnis. Wir sind natürlich überhaupt nicht der Meinung, dass das irgendwas entschuldigt, wenn jemand zölibatär lebt, dass es ihm dann weniger vorzuwerfen wäre, wenn er Kinder missbraucht. Ganz im Gegenteil, wir meinen nur, wir müssen uns einfach der Tatsache stellen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Zölibat und Missbrauch. Und dieser Zusammenhang kann natürlich vielschichtig sein. Also zum einen führt der Zölibat notwendigerweise zu einem völlig unerfüllten Sexualleben. Klar, kann man sich vorstellen. Es gibt einfach gar nichts. Und dass manche Menschen agieren das dann eben in einer solchen Weise aus. Und außerdem gibt es natürlich auch eine gewisse Wahrscheinlichkeit dafür, dass einfach schon nur bestimmte Menschen sich freiwillig dem Zölibat unterwerfen. Zum Beispiel, wenn sie ihre Sexualität legal ohnehin nicht ausleben können. Also wie gesagt, da gibt es viele Zusammenhänge. Und der Verzicht, insbesondere geht es ja um die katholische Kirche auf den Zölibat, würde aus meiner Sicht jedenfalls dazu führen, dass das Priesteramt wesentlich attraktiver wird. Natürlich, weil man dann eben ein erfülltes Sexualleben verbinden könnte mit der Tätigkeit in der Kirche, mit der Tätigkeit als Seelsorger. Dass das wunderbar funktioniert, sieht man ja in der evangelischen Kirche. Ich meine, auch dort gibt es natürlich Missbrauchsfälle. Aber natürlich bei weitem nicht in der Zahl wie in der katholischen Kirche. Und selbstverständlich ist ein evangelischer Pfarrer ein genauso wertvoller Seelsorger wie ein katholischer Priester, auch wenn er mit Familie lebt. Ich bin allerdings auch nicht neutral, weil ich schon verschiedene persönliche, ich war natürlich zum einen, weil ich Messdiener, zum anderen habe ich aber einfach ganz verschiedene, sehr enge, auch persönliche Bindungen zu Menschen, die Pfarrer sind oder aus Pfarrersfamilien stammen. Insofern habe ich da auch ein gewisses, bin ich ja sicher, so ein bisschen biased. Aber ich finde einfach, weg mit dem Zydebat, das wird wirklich ganz, ganz dringend Zeit. Und dann kam dann diese Woche zufällig. Ganz vielleicht nur ganz kurz einmal ein letzter Punkt noch zum Stichwort Zydebat. Der ist ja auch nicht vom Himmel gefallen. Und der ist insbesondere ja auch nicht etwa irgendwie religiös motiviert, sondern es war ja eine pragmatische Entscheidung der Kirche im Mittelalter, weil man so irgendwann den Eindruck hatte, es gibt einfach viel zu viele Kinder von Priestern. Und das fand man dann irgendwann schwierig und wollte deswegen verhindern, dass Kinder in die Welt gesetzt werden. Jedenfalls legitime Kinder. Das ist also eine reine, letztlich machtpolitische Entscheidung gewesen, die in heutiger Zeit so ein bisschen religiös und traditionell überhöht wird. Aber da, denke ich, ist einfach ein Kurs wechselfällig. Und das würde ja auch die Chance mit sich bringen, dass man vielleicht mehr und vielleicht sogar etwas geeigneteren Priesternachwuchs findet. Ich meine, wir haben auch ein riesiges Seelsorgeproblem durch den Priestermangel. Insofern glaube ich, da wird es ganz dringend Zeit, dass die Kirche sich einen Ruck gibt. Ja, und dann kam noch die Meldung aus Australien, dass der Kardinal, der Kurienkardinal dort und ehemaliger Finanzchef des Vatikans, George Pell, wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurde. George Pell, 77, australischer Kardinal, war eben der dritthöchste Katholik der Welt, war engster Berater des Papstes und eben Finanzchef im Vatikan. Ja, Finanzminister. Finanzminister. Und hat jetzt ein australisches Gericht, hat ihn wegen Kindesmissbrauchs verurteilt. Er hat 1996 zwei dreijährige Jungs in der St. Patrick's Cathedral in Melbourne sexuell missbraucht und den einen davon auch über Jahre noch weiter belästigt. Das ist der, glaube ich, ranghöchste Geistliche, der je wegen sexuellen Missbrauchs verurteilt wurde. Fehlt ebenso noch ein Papst. Fehlt noch der Papst und das Urteil, der Jury war einstimmig, aber, und das macht das Ganze so auf einer anderen Ebene auch interessant, dieses Urteil ist bereits am 11. Dezember erfolgt, also vor drei Monaten. Stimmt das, drei Monaten? Ja, ungefähr. Zweieinhalb. Zweieinhalb. Und wurde bis jetzt halt unter Verschluss gehalten, weil der Richter ein Berichtsverbot verhängt hat, eine Nachrichtensperte. So eine Gag Order, wie das in Englisch so heißt. Und das ist in Australien wohl auch gesetzlich durchaus geregelt. Der Grund war, dass es gegen Pellen noch einen weiteren Prozess gab, mit anderen Vorwürfen, ähnlich auch Missbrauch, aber ein weiterer Prozess. Und das sollte eben verhindert werden, dass dieser erste Prozess Auswirkungen hat auf das noch damals noch laufende Verfahren. Und der Staatsanwaltschaft hat sich aber mittlerweile entschlossen, dieses zweite Verfahren nicht weiter zu verfolgen. Und deswegen wurde jetzt diese Nachrichtssperre aufgehoben. und Journalisten haben sich aber nicht immer daran gehalten. Also in Australien haben auch schon Journalisten während dieser Nachrichtensperre über dieses Urteil und das Verfahren berichtet. Und denen sind jetzt auch Briefe zugegangen, dass sie wahrscheinlich, dass gegen sie ermittelt wird und dass da Haftstrafen drohen. Das aber noch, also erstmal davon, also das Kuriose, okay, Australien meinetwegen kurios, dass sie so eine Nachrichtensperre per Gericht verhängen können. Meinetwegen. Aber dann habe ich in der SZ gelesen, den Satz, die Süddeutsche Zeitung hielt sich, wie auch die New York Times, an den Wortlaut des richterlichen Verbots. Interessant. Sprich, auch die Süddeutsche Zeitung hat nicht, zumindest nicht in ihrer Online-Version über diesen Fall berichtet. Ich habe das nicht nochmal nachgeprüft, aber nach dem, was die SZ heute schreibt, über sich selber, über sich selber, muss man davon ausgehen, dass sie in ihrer Online-Ausgabe nicht berichtet hat, weil das australische Gesetz sinngemäß vorsieht, diese Nachrichtensperre kann verhängt werden für alle Medien, die in Australien zu empfangen sind. Und das bedeutet natürlich bei Internetmedien, dass die weltweit, bitteschön, darüber zu schweigen haben. Und ich habe dann, ich habe jetzt heute mal bei der Süddeutschen, beim Verlag angerufen, die meinten, eine Pressestelle hätten sie nicht so richtig, sie könnten mich zum Autor dieses Textes durchstellen. Der war nicht da. Und dann habe ich eine Mail geschrieben mit der Bitte, können Sie das mal erklären? Warum hat die, warum, habe ich gefragt, fühlt sich die Süddeutsche an den Beschluss eines australischen Richters gebunden? Noch dazu, wenn es, sagen wir mal, demokratietheoretisch durchaus fragwürdig ist. Also ich sage mal so, ich finde das auf ganz verschiedenen Ebenen eine interessante Frage. Also zunächst mal denke ich, muss man das schon respektieren, wenn das australische Recht das so vorsieht, um zu verhindern, dass auf eine Jury eingewirkt wird. Ich finde es aber doch so ein kleines bisschen anachronistisch, sich zu überlegen oder quasi sich dieser Hoffnung hinzugeben, dass man bestimmte Nachrichten einfach unter Verschluss halten kann. Also das ist ja natürlich in Zeiten des Internets nicht so wahnsinnig realistisch. Und es gibt ja auch Alternativen dazu. Also statt quasi die ganze Welt mit so einem Schweigegebot zu überziehen, könnte man ja stattdessen auch die Jury schützen vor diesem Einfluss. Also wir erinnern uns vielleicht an diesen O.J. Simpson-Prozess in den 90er Jahren. Und da gab es natürlich auch das große Problem, dass in den amerikanischen Medien intensiv berichtet wurde über diesen Prozess. Und deswegen lebte damals die Jury eben unter so einer Art Nachrichtensperre. Das heißt also, die Mitglieder der Jury mussten sich, ich weiß nicht mehr, wie das genau lief, jedenfalls in einer ganz bestimmten Art und Weise so verhalten, dass sie eben solche Nachrichten nicht zur Kenntnis genommen haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da finde ich es doch die naheliegendere Lösung, zwölf Leute, oder wie viel immer da jetzt in der Jury gesessen haben mögen, von Nachrichten fernzuhalten, als für die ganze Welt die Berichterstattung zu unterdrücken. Also da finde ich das australische Gesetz nicht so wahnsinnig überzeugend. Wenn man das Gesetz mal als gegeben annimmt, denke ich aber nach wie vor, einfach Missachtung eines Gesetzes ist irgendwie auch keine richtige Lösung. Aber das gilt doch nicht für die Süddeutsche Zeitung in München. Das ist so ein bisschen die Frage, wie ist das mit der internationalen Anwendbarkeit dieses Strafrechts? Das weiß man natürlich jetzt nicht. Also grundsätzlich gilt ja das Territorialitätsprinzip. Das heißt also, das Strafrecht gilt erstmal nur auf dem Boden des Staates, der das erlassen hat. Auf der anderen Seite aber halten wir uns da in Deutschland auch nicht so ganz streng dran. Also wir zum Beispiel strecken wir das auch auf deutsche Schiffe oder unter bestimmten Voraussetzungen auch auf deutsche Staatsbürger im Ausland. Also da hat jedes nationale Recht so seine ganz eigenen Vorstellungen, wo die Grenzen der eigenen Anwendbarkeit liegen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass die Medien da letztlich dann sich dem freiwillig in Anführungsstrichen unterworfen haben, weil sie gesagt haben, wir respektieren einfach, dass diese Jury unbefangend entscheiden. Aber also ich finde eigentlich da die Lösung der SZ vergleichsweise differenziert, wenn es denn so war, wie sie jetzt selber berichten, dass sie in Print, also in der gedruckten Ausgabe berichtet haben, weil die ja nicht nach Australien geliefert wird in der Regel oder jedenfalls dort keine nennenswerte Wirkung entfalten dürfte, während sie online sich da zurückgehalten haben. Aber das ist jedenfalls ein skurriler Fall und ich glaube, der australische Gesetzgeber könnte sich da mal an das Internetzeitalter anpassen. Der BGH hat in Sachen Diesel ein sehr interessantes Urteil gefällt. Nee, ein Beschluss. Ein Beschluss, oh Gott. Ja, ein Beschluss war es. Was ist der Unterschied zwischen dem Urteil und dem Beschluss? Der Urteil ist das, was rauskommt, wenn es eine mündliche Verhandlung gab. Mal ganz grob. Und ein Beschluss ergeht ohne mündliche Verhandlung. Es gibt da Feinheiten, aber das ist so die grobe Trennung. Aber die Wirkung im Endeffekt ist gleich? Ja, in diesem Fall ist es, die Form dieser Entscheidung ist schon Teil der Nachricht. Der BGH hat nämlich einen Beschluss erlassen, der gar keine richtige Verfahrensentscheidung war, sondern zwar nur ein Hinweisbeschluss. Hinweisbeschluss. Das heißt, ein Senat des Bundesgerichtshofs hat quasi seine vorläufige Rechtsmeinung in einem solchen Hinweisbeschluss dargelegt. Das macht man in bestimmten Verfahrensordnungen, dass man so die vorläufige Rechtsansicht den Parteien zur Kenntnis gibt, insbesondere damit sie sich darauf einstellen können, vielleicht auch noch mal dazu eine Stellungnahme schreiben können. Und die zentrale Botschaft dieses Hinweisbeschlusses, wie gesagt, keine verfahrensabschließende Entscheidung, die zentrale Botschaft dieses Beschlusses hat es aber in sich. Der BGH hat nämlich entschieden, dass Software-Manipulationen an Dieselmotoren juristisch einen Mangel der gekauften Autos darstellen. Und ein Mangel ist, ein Mangel der Kaufsache, eben in diesem Fall ein Mangel der gekauften Autos, ist Anknüpfungspunkt für eine ganze Reihe von Ansprüchen, die die Käuferinnen und Käufer der Autos haben können. Da kommen wir gleich dazu. Die Argumentation des BGH ist, wegen der manipulierten Dieselsteuerung könnten diese Autos ja aus dem Verkehr gezogen werden, einfach weil sie die Grenzwerte nur auf dem Teststand, deswegen Manipulationssoftware einhalten, aber eben nicht im allgemeinen Verkehr. Der BGH sieht hier die Gefahr einer Betriebsuntersagung durch die für die Zulassung zum Straßenverkehr zuständige Behörde. Also das heißt Autokäufer können jetzt Ansprüche gegen die Verkäufer dieser Autos geltend machen. Wie sehen die aus? Ganz genau. Das heißt, es gibt verschiedene, aber der wichtigste in der Praxis dürfte die Nachlieferung sein. Also auf Deutsch die Lieferung eines mangelfreien Autos. Und auch genau darum ging es in diesem Fall. geklagt hatte also einen Autokäufer, der sich im Juli 2015 einen VW Tiguan zugelegt hatte und er wollte gerne und dieser Wagen hatte eben eine Software, die er kannte, wenn der Wagen auf den Prüfstand gestellt wurde und hat dann den Schadstoffausstoß gesenkt und wenn er eben nicht auf dem Prüfstand war, hat er viel mehr Schadstoffe aus dem Auspuff geblasen, als er durfte. Das heißt, da waren die Grenzwerte nicht eingehalten und der Käufer verlangte nun einen Neuwagen und der Händler hat gesagt, gibt es nicht mehr, dieses Modell wird gar nicht mehr hergestellt und das Nachfolgemodell des Tiguan ist nicht identisch, ist irgendwie sechs Zentimeter länger und so, deswegen liefert er nicht nach und das Oberlandesgericht, ich glaube Bamberg war es in diesem Fall in Bayern, fand das auch, oder Bamberg, wie wir jetzt wissen, in Franken, nicht in Bayern. Genau, das Oberlandesgericht in Bamberg fand das auch richtig und hat die Klage zunächst mal abgewiesen, daraufhin ging der Fall in die Revision zum Bundesgerichtshof nach Karlsruhe und der BGH meinte, geht so nicht und ist das denn jetzt abschließend, hast du nicht gesagt, also wie, also was ist denn da, also kann ich jetzt als Autokäufer hingehen und sagen, geht mir zurück? Also der BGH hat ganz klar gesagt, so geht das nicht, wie das OLG Bamberg den Fall abgeschmettert hat, wenn es das Auto nicht mehr gibt, dann muss eben das Nachfolgemodell geliefert werden, denn den Händler trifft aus dem Kaufvertrag eine Beschaffungspflicht. Wie gesagt, das war jetzt nicht die endgültige Entscheidung des Falles, sondern das war erstmal nur ein Hinweisbeschluss, der ist schon Anfang Januar erlassen worden, aber erst jetzt bekannt geworden, denn danach passierte was ganz Interessantes. Nach diesem Hinweisbeschluss lenkte nämlich der Händler, der Beklagte in diesem Fall ein. Was da genau dann der Deal war, ist nicht bekannt geworden, jedenfalls zog der Kunde seine Revision zum Bundesgerichtshof zurück und das ist wiederum eine ganz beliebte Taktik von VW und anderen. Ein Grundsatzurteil will man gerne vermeiden, einfach weil sonst sich andere Kunden darauf ja berufen könnten. Deswegen, sobald man zu verlieren droht in einem Fall, dann gibt man mit einem mal ganz schnell nach. Normalerweise lässt man sich verklagen, aber kaum droht eine Pleite vor Gericht, insbesondere vor dem BGH, dann findet man mit einem mal doch irgendwie einen Deal mit dem Kläger. Und wie finden das die Richter beim BGH, die wollen doch irgendwie auch Klarheit und Rechtssicherheit, oder? Genau, das ist ja letztlich die Hauptaufgabe des Bundesgerichtshofs, also natürlich soll er auch Einzelfallgerechtigkeit herstellen, aber vor allem eben auch Rechtsklarheit und eine einheitliche Rechtsanwendung im ganzen Bundesgebiet. Deswegen muss man offen sagen, waren die Richter des BGH offensichtlich ziemlich genervt, dass ihnen diese Chance genommen wurde, in diesem Fall mal eine Grundsatzentscheidung zu treffen. Und deswegen haben sie zu dem etwas außergewöhnlichen Trick gegriffen, diesen Hinweisbeschluss überhaupt nur zu veröffentlichen. Die haben also eine Pressemitteilung geschrieben. Also den gab es vorher, dann hat er das zurückgezogen, dann war das Ding eigentlich beendet und jetzt haben sie ihn nicht geschrieben, sondern veröffentlicht. Genau, der ist also schon, der kommt, wie gesagt, vom 9. Januar, ist aber erst Ende Februar veröffentlicht worden, nachdem das Verfahren quasi gerade geplatzt ist. Und so kommt es eben zu dieser außergewöhnlichen Situation, dass ein Hinweisbeschluss mal veröffentlicht wird. Das ist normalerweise was, was nur zwischen den Parteien und in den Akten stattfindet. Also ich kann mich nicht erinnern, dass jemals ein Hinweisbeschluss veröffentlicht wurde. Man mag es in Einzelfall mal gegeben haben, aber ich kenne das nicht. Und das muss man immer dazu sagen, der ist eben keine Entscheidung, der geht auch nicht irgendwie in Rechtskraft oder so, aber er macht natürlich deutlich, wie der Bundesgerichtshof, der zuständige Senat für das Kaufrecht eben diese Rechtsfrage beurteilt. Und was ist jetzt also das Ergebnis für? Grundsätzlich haben Kunden einen Anspruch auf einen Neuwagen, wenn sie einen manipulierten Diesel gekauft haben. Allerdings richtet sich dieser Anspruch nicht gegen VW oder Hersteller im Allgemeinen, sondern gegen den jeweiligen Händler. Und das könnte für viele Händler natürlich richtig teuer werden, wenn der Hersteller ihnen jetzt nicht irgendwie entgegenkommt. Allerdings gibt es auch noch Grenzen dieses Anspruchs, die in der Rechtsprechung jetzt eben noch nicht so richtig geklärt sind. Also zum einen könnte man sich ja fragen, was ist denn eigentlich, wenn der Hersteller ein Software-Update veröffentlicht, das dann dazu führt, dass nicht mehr manipuliert wird. Auf der anderen Seite, damit der Wagen mangelfrei ist, müssten ja wohl sämtliche Grenzwerte eingehalten werden. Das heißt also, ein Software-Update dürfte dafür nicht reichen. Die Frage ist dann, ob Kunden es aber zum Beispiel hinnehmen müssen, dass einfach der Motor mit einem Hardware-Update so nachgerüstet wird, dass alle Grenzwerte eingehalten werden. Denn das wäre ja der vergleichsweise geringere Eingriff. Also da, das hat der BGH jetzt noch nicht entschieden, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass man da statt einer Nachlieferung möglicherweise auch eine Nachbesserung hinnehmen müsste. Jedenfalls dann, wenn es dazu führt, dass der Wagen hinterher mangelfrei ist. Da würde mich mal interessieren, was da Kaufrechtsexperten dazu sagen, zu denen zähle ich mich jetzt nicht, ob man da nicht unter dem Gesichtspunkt der Unverhältnismäßigkeit möglicherweise hinnehmen muss, wenn der eigene Wagen nachgebessert wird. Also stellen wir uns vor, das Auto hat inzwischen 200.000 Kilometer auf dem Tacho, dann kann ich möglicherweise nicht einfach sagen, ah, schönen Dank, dass ich jetzt nach längerer Zeit ein neuwertiges Auto bekomme. Das kann ja irgendwie nicht gehen. Und wie steht das jetzt im Verhältnis zu diesen ganzen Klagen, die laufen? Also zu diesen Musterfeststellungsklagen? Ja, das ist ein bisschen schwer zu entscheiden, weil diese Klagen ja sehr unterschiedliche Ziele verfolgen. Also wie sich das auf diese Klagen auswirkt, kann ich ehrlich gesagt auch nicht richtig einschätzen, weil ich diese Klagen nicht im Einzelnen kenne. Da laufen ja eine ganze Reihe von Musterfeststellungsklagen gegen Tausenden von Leuten. Genau, also das jedenfalls ist jetzt mal eins klar, diese Manipulationssoftware macht ein Auto mangelhaft und das ist ein wichtiger Anknüpfungspunkt in diesem Verfahren. Wir blicken noch mal nach Asien und zwar hat sich da eine Lage zugespitzt in einem Land, in dem ich auch schon mal war. Deswegen habe ich da auch eine innere Verbindung dazu, nämlich die beiden Atommächte, Pakistan und Indien, die stehen am Rande eines Krieges. Also das ist jetzt ein bisschen dramatisch, aber vielleicht hat sich das mittlerweile wieder ein bisschen entschärft, aber zumindest drohte ein handfester Konflikt, denn was bisher geschah, ist, dass am 14. Februar, also vor zwei Wochen ungefähr, ein Anschlag verübt wurde im indischen Teil Kaschmiers, bei dem 44 indische Polizisten starben. Verantwortlich gemacht wird eine terroristische Organisation, die ihr Lager auf dem pakistanischen Teil Kaschmiers hat und die indischen Luftwaffe bombardierte darauf hin ein angebliches Ausbildungslager auf pakistanischem Boden. Dabei wurden dann pakistanische, haben dann pakistanische Kampflieger indische Flugzeuge abgeschossen und auch Piloten gefangen genommen und ja, das ist also sehr, sehr heikel, weil das Kaschmir ein extrem umstrittenes Gebiet ist. Da deutet sich so ein bisschen an, dass es moderat auch gelöst werden könnte. Also Pakistans Premierminister Imran Khan hat schon gesagt, beide Seiten müssten angesichts der Waffen, die sie haben, darauf achten, dass sie keine Fehleinschätzungen sich leisten. Man müsse reden und morgen, glaube ich, will Pakistan am Freitag auch diesen Piloten des abgeschlossenen Fliegers an Indien übergeben. Also dazu haben wir gedacht, könnten wir mal so ein bisschen was zu Kaschmir sagen eigentlich. Ja, zu Kaschmir oder generell auch zum Konflikt zwischen Indien und Pakistan. Denn ich glaube, was da zurzeit sich so abspielt, kann man im Grunde nicht so richtig verstehen, ohne einen kleinen Blick zurück in die Geschichte und zwar in die Geschichte insbesondere der Dekolonialisierung. Die indische Halbinsel, was heute Indien, Pakistan und auch Bangladesch ist, war ja bis 1947 britische Kolonie. Dann haben sich die Briten entschieden, diese Kolonie in die Unabhängigkeit zu entlassen. Und da gab es dann allerdings ein ganz große Bedenken der muslimischen Bevölkerungsminderheit, weil sie nämlich gesagt haben, wenn jetzt ganz Indien, also Indien inklusive Pakistan und Bangladesch, ein einziger Staat wird mit einer großen Mehrheit von Hindus, dann werden die Moslems quasi politisch an den Rand gespielt. Deswegen hat sich dann Großbritannien überlegt, na, wenn das so ist, dann teilen wir das halt in einen muslimisch dominierten Teil, das ist das heutige Pakistan, und eben in eine hinduistisch geprägte indische Union. Und außerdem gab es dann noch eine muslimische Exklave, nämlich das heutige Bangladesch, das also gar keinen Landweg zu Pakistan hatte. Da gab es also quasi Pakistan an der einen Seite und dann ganz weit im Osten gab es noch Bangladesch, das wie gesagt ursprünglich mal zu Pakistan gehörte, aber da gab es dann auch einen Unabhängigkeitskrieg und da musste Pakistan dann den Verlust dieses Landes hinnehmen. Also da und im Zuge dieser Teilung des indischen Kontinents in zwei Staaten, einen muslimischen, einen hinduistischen, gab es eben natürlich einen, oder gab es, was heißt natürlich, da gab es einfach ziemlich dramatische menschliche Härten, nämlich eine große Fluchtbewegung. Also in beiden Landesteilen wurden Mitglieder der jeweils anderen Religionsgemeinschaft gewaltsam vertrieben. Es gab also, es gab Morde, es gab Vergewaltigung. Es war also ziemlich furchtbar, wie sich diese beiden Religionsgruppen dann wechselseitig verfolgt haben auf den jeweiligen Herrschaftsgebieten und das wiederum führt bis heute einfach zu ganz starken Spannungen zwischen Indien und Pakistan quasi aus historischen Gründen, aber es gibt eben auch noch diesen ganz aktuellen Konflikt eben um den Landstrich Kaschmir, was im Wesentlichen ein Tal ist. Ein Tal, genau. Es ist irgendwie sowas 135 Kilometer lang, 30, 40 Kilometer breit, 15 Millionen Menschen per mal da und wohnen da. Das sieht man auf der Karte. Das sieht man auf der Karte, genau. Ihr müsst auf euer Smartphone gucken. Wenn ihr einen geeigneten Player habt. Genau, dann seht ihr die Karte. Da kann man sich das ein bisschen angucken. Ist wie so oft bei diesen Sachen eigentlich kein großes Fleckchen Land. Jedenfalls war das nach der Teilung erst mal unabhängig. Aber dann gab es eben doch einen Krieg quasi um diesen Landstrich, weil zwischen Pakistan und Indien und am Ende hatte dann Indien ungefähr zwei Drittel besetzt und der andere große Teil gehörte zu Pakistan und ein kleiner Teil gehört heute zu China. Also das sind sozusagen die drei Parteien, die da in Kaschmir jetzt sich das aufgeteilt haben. Gleichzeitig gibt es natürlich noch ein paar Gruppen, sagen wir mal ziemlich extremistische Gruppen im indischen Teil Kaschmir, die muslimisch inspiriert sind, die gegen den indischen Staat kämpfen und Indien sagt, ja, die sind ja von Pakistan finanziert. Also da geht es seit, ja, eigentlich seit 1947 gibt es, hat es drei Kriege um Kaschmir gegeben und insofern, das ist so der Hintergrund für diesen aktuellen Konflikt, dass alle, die dann hören, oh Kaschmir, oh indische Flugzeuge abgeschossen, oh Gefangene gemacht, plus, dass die beiden Länder, Indien und Pakistan, nicht zuletzt wegen dieses Kaschmir-Konflikts, eben Atomwaffen auch noch besitzen, dass da alle hellhörig werden und die Frage ist, warum kocht das jetzt so hoch? Gut, es gab diesen Anschlag, warum reagiert Indien so, wie Indien reagiert? Wahrscheinlich hat das auch was mit den Wahlen zu tun, die im April in Indien stattfinden und der amtierende Premierminister Narendra Modi, der will wiedergewählt werden und naja, wie das halt so ist bei so Wahlen, dann eignet sich so ein bewaffneter Konflikt auch, um irgendwie Stärke zu simulieren, würde ich es mal nennen. Deswegen kocht das so ein bisschen hoch. Wie gesagt, ich habe am Anfang so diese moderaten Töne genannt, die aus Pakistan kommen, da muss man jetzt mal abwarten. Alle hoffen natürlich, dass das nicht eskaliert. Das fand ich nur ganz interessant, die Überlegung, ja, was machen jetzt eigentlich diese Atomwaffen? Zuerst denkt man, oh Gott, oh Gott, die zumal jetzt, glaube ich, eins der beiden Länder, Pakistan, Indien, auch so taktische Atomwaffen hat, also die sozusagen für so eine kurze Reichweite, Kurzstrecke gedacht sind, um mal so punktuell einen Landstrich auszuradieren. Ich weiß nicht, wie das gehen soll, aber so ist das gedacht. Werfen die damit gleich um sich? Und die andere These ist eben, dass möglicherweise gerade diese Atomwaffen dazu führen, dass sich doch beide ein bisschen am Riemen reißen. Ja, das ist so dieser Klassiker, das Gleichgewicht des Schreckens, wie das immer so schön hieß im sogenannten Kalten Krieg. Und ein ähnlicher Effekt zeigt sich jetzt hier eben auch. Jeder weiß, wenn ich jetzt diese Waffen einsetze oder generell, wenn ein Konflikt hier bei uns völlig eskaliert, dann führt das im Zweifel auch dazu, dass mein eigenes Land ausgelöscht wird oder jedenfalls ganz massiv beeinträchtigt wird. Und das führt ganz offensichtlich auf beiden Seiten dazu, dass man zwar schon mit dem Feuer spielt, aber dann doch vor den ultimativen Schlägen Gott sei Dank zurückschreckt. Also vielleicht führt sogar im Ergebnis der beidseitige Besitz von Atomwaffen eher zu einer Stabilisierung der Lage. Die Lage bleibt natürlich gespannt, aber ein klassischer Feld, ein klassischer Feldzug in dem Sinne kann sich im Grunde eigentlich keine Seite leisten. Anders als eben noch in den 60er Jahren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, wo eben, wie gesagt, in Indien, Bangladesch besetzt hat und dann von Pakistan abgespalten hat. Und nächstes Thema, Donald Trump hatte sich ja mental schon auf den Friedensnobelpreis vorbereitet. Da muss er jetzt noch ein bisschen warten, denn er hatte sich zum zweiten Mal mit Kim Jong-un getroffen, dem Herrscher von Nordkorea, um über die Denuklearisierung von Nordkorea zu sprechen. Das erste Treffen war im Juni letzten Jahres in Singapur und jetzt gab es halt ein zweites Treffen in Hanoi, in Vietnam. Wie gesagt, Ziel ist, Nordkorea, ja, das ist die Frage, soll entweder seine kompletten Atomwaffen und Raketen abgeben oder zumindest so weit kontrollieren lassen, dass sie nicht mehr angriffsfähig sind. Nordkorea hat ja etliche Atomsprengköpfe und auch ein paar ballistische Raketen, die also in den Himmel steigen und wieder runterfallen und die diese Sprengköpfe auch transportieren können und wahrscheinlich auch einige bis in die USA. Nordkorea dagegen will in erster Linie Sanktionen loswerden, die das Land ordentlich im Griff haben. Also das bedeutet insbesondere Handelssanktionen. Das ist also extrem schwer heutzutage mit Nordkorea Handel zu treiben. Das sind zwar formal vor allem Sanktionen der Vereinigten Staaten, aber weil die Vereinigten Staaten so eine große Rolle spielen im weltweiten Finanzsystem insbesondere, kann also kaum ein Unternehmen sich das leisten, gegen amerikanische Vorstellungen zum Thema Handelssanktionen zu verstoßen. Genau, und nun hat sich also Trump mit Kim Jong-un getroffen und das Treffen heute überraschend etwas in meinen Augen nach zwei Tagen abgebrochen. Grund, ja, irgendwie hat Nordkorea wohl ein schnelles Ende der Sanktionen gefordert, aber wollte wenig dafür abrüsten. Aber über die Details und Hintergründe dieser Gespräche, da sprechen wir jetzt mit Hannes Mosler, er ist Juniorprofessor an der Freien Universität Berlin und dort am Institut für Korea-Studien. Ganz herzlich willkommen in der Lage der Nation, Herr Mosler. Ja, hallo, guten Tag. Donald Trump sagt zum Abbruch heute, manchmal muss man einfach gehen. Kam das für Sie überraschend? Ja, das kam es durchaus, weil im Vorfeld ja schon so einiges durchgesickert ist, dass die beiden Staatslenker sich auf bestimmte Dinge geeinigt hatten, zum Beispiel diese Liaison-Büros in Washington und Pyongyang auch einzurichten und andere Dinge. Insofern kam es überraschend. Andererseits weiß man ja von Donald Trump, dass er sehr sprunghaft ist und wenn man dann die Pressekonferenz gehört hat, da hat er natürlich auch nur seine Version wiedergegeben, was da passiert ist. Mittlerweile, vor 15 Minuten, hat ja gerade der nordkoreanische Außenminister seine Version dargelegt und die sieht dann ein bisschen anders aus. Ja, was sind denn aus Ihrer Sicht die Gründe, warum es jetzt zu diesem doch recht überraschenden Ende der Gespräche kam? Ich weiß natürlich nicht direkt, was da gesprochen wurde, aber ich kann mir gut vorstellen, dass Donald Trump den Big Deal wollte. Er wollte alles auf einmal. Er wollte mit Fanfaren von der Neue nach Washington zurück und verkünden, dass er einen erfolgreichen Deal gemacht hat und hat da ein bisschen übertrieben. Jetzt hat der nordkoreanische Außenminister auch gesagt, also sie haben noch mehr als die Abwicklung dieser Atomanlage in Yongbyon gefordert, worauf die Nordkoreaner nicht eingehen wollten und das, denke ich, können die Nordkoreaner eben auch nicht in ihrer Position, weil sie nicht viel zu verhandeln haben und da hat Donald Trump übertrieben und darauf konnten sich die Nordkoreaner nicht einlassen. Die SZ hat kommentiert, eigentlich wolle keiner der beiden eine Lösung, sondern beide hätten aus ihren innenpolitischen Perspektiven eigentlich ein Interesse daran zu reden, zu zeigen, dass man redet, aber eine Lösung ist da eigentlich nicht so im Visier. Wie sehen Sie das? Das glaube ich nicht. Ich glaube nur, dass die Lösung dieses Problems eine langfristige sein muss und dass man diesen Prozess entsprechend langsam und langfristig planen und durchführen muss und das eben, das heißt, es geht nicht von heute auf morgen, es gibt kein Big Deal, mit dem man in einem Schlag alles löst, sondern es muss wirklich Schritt für Schritt vonstatten gehen und wieder die nordkoreanische Position ist ja eben auch die problematischere, sie haben nicht viel zu verhandeln, sie haben nur die Atombomben und die würden sie sicherlich auch Schritt für Schritt abgeben, aber eben nicht alle auf einmal und das ist das Hauptproblem. Apropos Hauptproblem, was würden Sie denn denken, wie könnte es jetzt weitergehen? Sind diese Gespräche jetzt erst einmal tot oder sehen Sie da eine Chance, den Gesprächsfaden wieder aufzunehmen und dann vielleicht sogar in der Perspektive irgendwann einmal zu einer Denuklearisierung der Nordkoreanischen oder überhaupt der koreanischen Halbinsel zu kommen? Davon bin ich überzeugt, dass das wieder in Gang kommt. Jetzt ist natürlich Trump erstmal beschäftigt in Washington und die Nordkoreaner bleiben ja noch bis zum 2. März in Vietnam und sicherlich wird das eine oder andere provokative Wort jetzt in der Anschuldigung fallen, aber ich bin mir ganz sicher, beide Seiten sind explizit daran interessiert, hier eine Lösung zu finden, haben ein Interesse, wir wissen von Nordkorea, es will sich wirtschaftlich weiterentwickeln, es hat eine Mittelschicht, die Forderung stellt an die Führung, dass es ihren Wohlstand halten oder sogar ausbauen können, also Kim Jong-un ist sogar unter Druck, aber hat auch eine hohe Motivation, die Sanktionen lockern zu lassen, damit er eben entsprechend sein Land voranbringen kann wirtschaftlich und Donald und Donald Trump ebenso, das wäre das erste Mal, dass er wirklich was richtig macht, was er auch einen Erfolg, den er vorzeigen könnte, wenn er hier auch selbst nur in kleinen Schritten, das muss nicht der Big Deal sein, hier vorankommt, ich glaube, beide sind hochmotiviert, nur ist eben ganz schwierig die Frage, wie man hier den nächsten Schritt machen kann. Trump wurde ja intern vor allen Dingen auch in den USA viel für diese Annäherung und diese persönlichen Treffen mit Kim Jong-un kritisiert, das sei viel zu früh, wurde gesagt, Nordkorea werde da aufgewertet, Sie klingen jetzt ein bisschen so, als hätte Trump da durchaus was richtig gemacht, täuscht der Eindruck? Das ist, nein, das ist vollkommen richtig, ich denke Trump, man hat ja gesehen, also unter den acht Jahren Obama im Vergleich ist er natürlich ein viel besserer Präsident gewesen, aber was Nordkorea angeht, hat er sich zurückgehalten mit seinem sogenannten Konzept der strategischen Geduld, das ist nach hinten losgegangen, weil die Lage sich verschlechtert hat, bei Trump, was wir heute gesehen haben, war die strategische Ungeduld, er wollte zu schnell alles auf einmal, aber, dass überhaupt sich ein amerikanischer Staatslenker mit einem nordkoreanischen Staatslenker an einen Tisch setzt, in Singapur vor acht Monaten und jetzt auch in Hanoi, das als solches, diesen Prozess in Gang zu bringen, das kann man sicherlich auch zu einem großen Teil Trump zuschreiben, nicht nur, auch Kim Jong-un ist als neuer, junger Machthaber in Nordkorea, eine andere Person als sein Vater oder Großvater und natürlich auch der progressive Präsident in Südkorea. Wir würden gerne noch mal einen kleinen Schritt zurücktreten von dem konkreten Zusammentreffen zwischen Trump und seinem nordkoreanischen Gegenpart hin zu der Frage, wie solche Vorbereitungen für entsprechende Gipfeltreffen eigentlich generell ablaufen. Was wird da normalerweise im Vorfeld so alles auf die Beine gestellt, was wird da sondiert, was wird da eben vorbereitet und was hat da möglicherweise diesmal nicht geklappt, soweit man das von außen einschätzen kann? Ja, normalerweise bei solchen Gipfeltreffen kann man erwarten, dass sich Verhandler auf unterer Ebene, also auf konkreter Ebene auch des Außenministeriums von beiden Ländern sich treffen und ganz konkrete Inhalte besprechen, die eigentlichen Verhandlungen nämlich dort im Vorfeld stattfinden, man sich sehr häufig trifft auf neutralem Boden oder auch in diesem Fall hat man sich auch natürlich in Washington getroffen, aber häufig auch in Halboffizien, in Halboffizieller Situation, da hat zum Beispiel Schweden mal eine Vermittlerrolle gespielt und beide Parteien eingeladen, wo man sich in ungezwungener Atmosphäre ganz ehrlich austauschen konnte und wirklich auch kritische Dinge ansprechen konnte, um nämlich zu verhindern, dass die problematischen Dinge dann später beim Gipfeltreffen erst auf den Tisch kommen. Das kann man normalerweise erwarten, aber bei dem Gipfel zwischen Nordkorea und den USA ist eben sehr besonders, dass diese erwähnte besondere Situation Nordkoreas, dass sie immer sehr strategisch vorgehen müssen, weil sie wenig Funde haben, mit denen sie wuchern können und bei Donald Trump wissen wir, dass er auch eine ganz besondere Persönlichkeit ist, der gerne alles kontrolliert, sodass es in diesem Fall nicht wirklich möglich war, im Vorfeld alles so vorzubereiten. Das lag einmal daran, dass eben in beiden Fällen es sich um eine autoritäre Führungsperson handelt, aber natürlich auch, wie Sie schon erwähnten, dass es ja nicht viel Zeit war zu verhandeln. Das heißt aber nicht, dass man an diesem Gipfeltreffen nichts hätte entscheiden können, sondern man hätte einfach kleinere Brötchen packen müssen. Jetzt haben Sie ja schon angedeutet, dass unter Umständen, sagen wir mal, so neutrale Mächte, Schweden haben sie genannt, gerade in der Vorbereitung auf unteren Ebenen auch eine große Rolle spielen können. Jetzt hat Deutschland oder Europa allgemein, so wie ich das sehe, na klar würden die auch gerne haben, dass Nordkorea keine Atomwaffen hat, immer gut, aber im Kern haben die nicht so große Aktien in diesem Konflikt wie beispielsweise die USA oder China. Wäre da Europa, Deutschland nicht wirklich der perfekte Vermittler? Das sehe ich genauso. Natürlich wäre das eine ganz andere Rolle, die Europa da spielen könnte, die Europäische Union, als jetzt eben China oder Amerika Mächte, die da direkt involviert sind, aber gerade deswegen hätten sie eine gute Position, aus der sie da Hilfe leistend, also Hilfe stellend in diesen Friedensprozess und das ist es ja eigentlich ein Annäherungsprozess und Friedensprozess, in den sie eingreifen könnten indirekt über verschiedene Formate, auch diese 1.5 Track Meetings, die es gibt, in Schweden hatte ich erwähnt, soweit ich weiß, ist auch ein Treffen in Helsinki geplant, es gab auch Treffen in Frankreich, also diese Art, aber mehr koordiniert und auch aktiv unterstützt von der Europäischen Union, dass sie auch mal wirklich aus diesem diplomatischen Schatten der USA heraus tritt und eine eigene Außenpolitik und Diplomatie in diesem, in dieser, in dieser Situation einnehmen könnte, um nämlich als ein weiterer Akteur hier hilfestellend einzuschreiten, denn letztlich wird dieser Prozess nur dann erfolgreich auch zu einem Ende gebracht werden, sprich Denuklearisierung und hoffentlich Frieden, wenn es sich um eine multilaterale Gestaltung dieses Prozesses handelt und also viele verschiedene Akteure involviert sind und wenn solch ein Akteur wie die Europäische Union, die eben nicht direkte Interessen vor Ort in der Region hat, da eingreift, denke ich, wäre das sehr hilfreich, aber bisher hat man da leider noch sehr wenig gesehen. Ja, Sie haben ein wichtiges Stichwort gerade schon genannt, nämlich Frieden. Bislang befinden sich ja Nord- und Südkorea offiziell noch im Kriegszustand, zugleich aber hat parallel zu diesen Sondierungen, sagen wir mal, zwischen den Vereinigten Staaten und Nordkorea ja auch zwischen den beiden Teilstaaten Koreas so ein gewisses Tauwetter eingesetzt. Wie steht es denn aus Ihrer Sicht um die Aussöhnung zwischen Nord- und Südkorea und geht diese Tauwetterperiode möglicherweise jetzt auch ganz unabhängig von den erstmal gescheiterten Verhandlungen weiter? Wie würden Sie das einschätzen? Ich kann mir vorstellen, dass dieser Prozess, dieser Annäherungsprozess weiter sich entwickelt. Natürlich kann es immer wieder zu Zwischenfällen kommen, aber gerade auch hat ja Donald Trump auf seinem Weg nach Washington hat er ja mit dem südkoreaischen Präsidenten Moon Jae-in gesprochen und ihn darum gebeten, doch wieder diese Vermittlerrolle aktiv einzunehmen. Das macht Moon Jae-in natürlich gerne, hat er ja sowieso vor. Also die Vermittlerrolle, aber eben auch aktiv weiter die Versöhnung, die Aussöhnung und die Annäherung voranzutreiben. Da läuft ja auch schon ziemlich viel. Man plant ja jetzt diese Eisenbahnverbindung westlich und östlich da auf der Halbinsel wieder voranzutreiben. Da hat man auch schon Vorsondierungen gemacht und viele andere Pläne, die Wiederaufnahme dieses gemeinsamen Industriekomplexes und Tourismuskomplexes. Das, denke ich, sind Dinge, die ganz konkret in der Planung sind und da ist schon sehr viel gelaufen. Und ich habe auch den Eindruck, dass die USA gerade aus dem Interesse, dass das dann vermittelt werden kann und dass der Verhandlungsprozess mit den USA dann auch besser läuft, die unterstützen das und machen da auch mal gerne eine Ausnahme, was die Sanktionen angeht. Also sie haben verstanden, dass es ganz wichtig ist, dass Nord- und Südkorea sich auch annähern und da, denke ich, wird es positive Entwicklungen geben. Herr Musse, ganz herzlichen Dank für Ihre Zeit. Ich danke Ihnen. Und alles Gute. Ebenso. Zu unserem nächsten Thema, das jetzt gerade in unserem Interview ja schon kurz angeklungen ist. Donald Trump hat nämlich auch daheim in Washington eine ganze Menge Ärger und in diesem Fall hat der Ärger einen Namen, nämlich Michael Cohen. Das ist ein ehemaliger, enger Mitarbeiter von Donald Trump, der in der vergangenen Woche vor einem Ausschuss des Kongresses ausgesagt hat. Er war quasi der Anwalt und oberste Problemlöser von Donald Trump über einen Zeitraum von etwa zehn Jahren, ist inzwischen aber wegen Lügen für Donald Trump, nämlich Falschaussagen zu drei Jahren Gefängnis verurteilt worden. Philipp, und er hat nun unter Eid vor mehreren Ausschüssen des Repräsentantenhauses ausgesagt. Einige waren öffentlich, einige waren nicht öffentlich, aber das Ergebnis ist für Donald Trump trotzdem verheerend. Ja, ziemlich verheerend. Also er hat sieben Stunden ausgesagt und man muss wissen, Cohen ist also der engste Mitarbeiter. Der ist zehn Jahre, war der sein Anwalt, der Fixer, der hat Probleme gelöst und er wurde halt da von den Abgeordneten befragt und das war schon, ich habe es jetzt nicht ganz gesehen ausschnittsweise, aber das war schon so das Bild, was dieser Mensch von Trump gezeichnet hat, was da entstanden ist in dieser Befragung, das war schon echt verheerend. Also Trump wurde da so dargestellt als ein völlig moralbefreiter Gangster, kann man eigentlich sagen. Harte Worte. Also das fing dann so was an, die wurde dann gefragt, da wurde Cohen gefragt, sagen Sie mal, wie oft wurden sie dann eigentlich losgeschickt im Auftrag von Donald Trump, um Menschen zu bedrohen oder Firmen zu bedrohen? Und er sagte so, naja, hatte so zehn, sagte er, nee mehr. Zwanzig? Nee mehr. Hundert Mal? Nee, mehr. Was? Öfter. Wahnsinn. Und dreihundert? Nee, sagt er öfter. Fünfhundert? Ja, fünfhundert könnte hinkommen. Über die zehn Jahre. Das heißt also, quasi der ist pro Woche einmal losgelaufen und hat irgendwie Leuten gesagt, du, leg dich nicht mit Trump an, gibt Ärger. Dann eine der lustigsten Geschichten, also ein bisschen Nebensache, aber zeigt viel über Trump ist. Trump hat erfahren, dass ein Porträt bei einer Auktion, ein Porträt von ihm versteigert werden soll, mit anderen Porträts zusammen. Und er hat Cohen losgeschickt, um sicherzustellen, dass sein Porträt von Trump den höchsten Preis erzielt. Aus lauter Eitelkeit. Aus lauter Eitelkeit. Weil es natürlich nicht sein kann, dass, wo man bis zum Beispiel keiner haben will, dass es irgendwie für den Ramschpreis über den Tresen geht. Und deswegen hat Trump Cohen losgeschickt, um einen Strohmann zu finden, der dann auf dieses Bild bietet, um den Preis hoch zu schützen. Damit nicht genug, sondern dafür wurde dann auch noch Geld eingesetzt, was aus Trumps Stiftung kommt. Und das darf eigentlich nicht passieren, weil du sammelst Geld mit einer Stiftung, einfach wohltätige Zwecke. Und das kannst du nicht einfach benutzen, um aus Eitelkeit ein Porträt von dir zu kaufen. Beziehungsweise dessen Wert hoch zu jazzen. So, das waren so die Nebensachen. Aber es sind sozusagen politisch drei, sagen wir mal, Kernsachen rausgekommen. Das eine ist, dass Cohen behauptet, und das wird auch von anderen bestätigt, dass Trump ihn implizit angeleitet hat, zu lügen. Und wir hören uns das mal kurz im Original an. Mr. Trump is a con man. He asked me to pay off an adult film star with whom he had an affair and to lie about it to his wife. which I did. And I am going to jail in part because of my decision to help Mr. Trump hide that payment from the American people before they voted a few days later. Also da muss man sagen, da ging es halt um diesen Pornostart Stormy Daniels, mit dem Trump eine Affäre hatte. Und Trump wollte unbedingt verhindern, das ist ja einfach geil. Und das war ganz kurz vor der Wahl. Und Trump wollte verhindern, dass die halt mit diesen Affären an die Öffentlichkeit geht. Dann hat er veranlasst über Cohen, dass er 130.000 Dollar quasi Schweigegeld an diese Frau zahlt. Und das ist erst mal ein Verstoß gegen die Wahlkampffinanzierung, weil das ja dem Wahlkampf dient. Aber diese Zahlung, die öffentlich gemacht wurde, also das ist sozusagen, alles was dem Wahlkampf dient, musst du öffentlich machen. Diese Zahlung wurde nie öffentlich. Und dann hat Trump ihm auch noch, sag mal, hat Trump Cohen nachgelegt, mach das mal, regel das mal. Aber ich weiß von nichts und du musst auch immer sagen, dass ich von nichts weiß. Und dafür geht Cohen eben jetzt auch drei Jahre in den Knast, weil er eben gesagt hat, ja, Trump wusste davon nichts und das ist alles auf meine Kappe gegangen. Und dann war dann auch noch das nächste Detail davon ist, dass Cohen dann diese 130.000 Euro ausgelegt hat, aufgetritten und an diese Stormy Dallians ausgezahlt hat. Und dann ist Trump Präsident geworden und dann hat er als Präsident Cohen einen Scheck geschrieben über 35.000 Dollar so als Rückzahlung. Ich schulde dir ja noch Geld. Und das, genau, das hat er auch in die Luft gehalten. Den Check könnt ihr euch auf dem Smartphone angucken, wenn ihr jetzt eins so zur Hand habt. Also da wurde klar, dass er sozusagen eine, wie das immer amerikanisch heißt, so eine Conspiracy gemacht hat, eine Verschwörung, um Wahlkampfkosten, das war ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst, zu verschleiern, um diese Frau zum Schweigen zu bringen. Er hat seinen Anwalt angestiftet, unter Eid zu lügen. Dafür geht er jetzt in den Knast. Drei Jahre, muss man sich mal vorstellen. Ja, dann ist auch noch klar geworden, dann war immer die Frage, es gab ja diese E-Mails von Hillary Clinton, die wurden gehackt. Offen von wem, aber veröffentlicht wurden sie von Wikileaks. Und es war immer die Frage, wusste Donald Trump vor der Veröffentlichung, dass die veröffentlicht werden? Und, was sagt Cohn? Und Cohn sagt, Asi er sagt, er hat keine Beweise dafür, dass Trump sich mit Russland abgesprochen hat. Aber er sagt, es kann belegen, dass Trump wusste, dass Wikileaks diese E-Mails veröffentlichen will. Und Trump hat gesagt, ja, das wäre doch eine feine Sache. Und weil ihm das natürlich in den Kram gepasst hat. Dann war immer noch die dritte große Frage, was ist mit diesem Trump Tower in Moskau? Das war also ein Vorhaben, was Trump und seine Familie vorhatte. Die wollten halt in Moskau so einen Trump Tower bauen, so einen Bürokomplex, der nach Trump benannt wird. Die wollten damit, sagt Cohn, hunderte von Millionen von Dollar verdienen. Und da war die Frage, wie lange ging eigentlich diese Verhandlungen? Das Ding wurde nie gebaut. Aber wie lange hat Trump eigentlich da Business gehabt in Russland? Und da war immer die Aussage, auch von Cohn, ja, und auch von Trump, ja, wir haben bis Januar 2016 das gemacht. Dann haben wir das eingestellt, weil dann lief die Kampagne und dann war ich dabei, Präsident zu werden und so. Und sinngemäß, das schickt sich ja nicht an. Und, turns out, was sagt Cohn? Mr. Trump knew of and directed the Trump-Moskow-Negotiations throughout the campaign and lied about it. He lied about it because he never expected to win. He also lied about it because he stood to make hundreds of millions of dollars on the Moscow-Real-Estate-Project. So, harte Worte. Also, harte Worte. Muss man natürlich immer dazu sagen. Das ist natürlich ein Mann, der schon auch einen gewissen Grund hätte, jetzt auf Trump sauer zu sein. Er geht jetzt letztlich für Trump drei Jahre in den Bau. Das ist in den Vereinigten Staaten, in der Federal Prison sicher kein Spaß. Und auch sonst hat der Mann natürlich eine ganze Menge Ärger wegen Trump. Das heißt also, dass der einen Hals hat auf Donald Trump, das ist, denke ich mal, gesetzt. Und insofern muss man dessen Aussagen sicherlich auch in diesem Licht betreiben. Genau. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Das sollte man, glaube ich, schon fairer bezeichnen. Wir wissen nicht, was die Wahrheit ist. Allerdings, und jetzt haben die Republikaner auch immer betont, wieso sollten wir ihn glauben? Sie haben ja schon mal gelogen. Sie haben uns ja schon mal angelogen. Deswegen gehen sie in den Knast. Und er hat halt versucht, deutlich zu machen, dass dies hier eine Wendung für ihn ist. Dass er sozusagen einen reinen Tisch machen will. Jetzt, wie gesagt, also ihn schwierig. Und er hätte auf sein Gewissen hören sollen, hat er gesagt. Da habe ich mich gefragt, was für ein Gewissen. Du hast zehn Jahre für diesen Mann gearbeitet. Du hast so viel Quatsch gemacht. Und da würde ich sagen, das kann man nur als allgemeinen Appell ummünzen. Leute, wenn ihr für die falschen Leute arbeitet, wenn ihr im falschen Job seid, dann macht das Richtige. Dann geht oder macht es öffentlich oder beides. Am besten beides. Am besten beides. Das ist schon die saubere Lüge. Aber es gibt da kein richtiges Leben im Falschen. Ihr könnt. Genau, das ist doch einfach auch eine schöne Formulierung. Es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und das kann man auch nur an die Leute sagen, die jetzt noch für Trump arbeiten. Das hat er übrigens auch gesagt. Das fand ich eine ganz coole Wendung. Dass die ganzen Republikaner ihn natürlich angegangen haben. Hier, sie haben doch gelogen. Wir glauben ihnen nicht. Und so weiter und so fort. Und dann sagt er, wissen Sie was? Sie machen genau dasselbe, was ich zehn Jahre lang gemacht habe. Ich habe Donald Trump gedeckt. Aus falschen Gründen. Ich beende das hiermit. Ich mache einen reinen Tisch. Ich bin dafür verantwortlich, dass Sie das jetzt tun. Ich bin teilverantwortlich dafür. Ich zahle dafür. Und ich kann nur an Sie appellieren, hören Sie auf damit. Und das kann man nur unterschreiben. Also wo immer dieser Mann auch herkommt, was er auch alles gemacht hat. Und so. Aber jetzt ist natürlich die Frage, New York Times, Maggie Haberman, die über Trump schreibt, sagt, klar, wir haben schon oft über Impeachment geredet und Amtsenthebungsverfahren und so. Aber sie sagt, wir haben noch nie von einem so nahen Insider so viel erfahren, was man überprüfen kann, was passt zu anderen Berichterstattungen und so. Und sie sagt, also wenn die Demokraten das machen wollen, wird diese Aussage von Cohen eine wichtige Rolle spielen. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Aber wie gesagt, ich fand es einfach nur jetzt aus unserer journalistischen Perspektive wichtig, auch Michael Cohen einzusortieren. Dass der natürlich eine ganz bestimmte Motivation hat. Nein, das ist doch völlig klar. Also eine ganz, na klar, der hat eine große, bestimmte Interessenslage etc. das hat er dargelegt. Trotzdem, ja, wie gesagt, das Bild, was da entsteht, ist kein gutes. Das ist kein gutes, nein. Und ich meine mal ganz ehrlich, selbst wenn der jetzt möglicherweise ein bisschen überzeichnet, also das ist ja so fett, was dazu kommt. Ja, vieles ist ja auch schon belegt, das sind ja nur noch zum Teil Details so. Es sind jetzt, sind jetzt keine fundamentalen neuen Sachen. Es sind so ein paar Nuancen rausgekommen. Aber insgesamt über diese sieben Stunden, was er so alles erzählt hat, und wie diese Kommunikation abläuft, so was Trump ihnen alles angehalten hat und wie Trump funktioniert und so, da konnte man schon, glaube ich, also da hat sich schon so ein kohärentes Bild gebildet, was einfach ist. Trump ist ein moralbefreiter Mobster. Ja. Ein Gangster. Ein Machtmensch, der letztlich um seines wirtschaftlichen Vorteils willen, ich will nicht sagen über Leichen geht, aber so alles, also alles, was davor so passiert. Ja. Wir haben noch ein Update zu dieser Urheberrechtslinie der Geliebten. Ja, ganz genau. Das müssen wir noch ganz kurz nachtragen. Und zwar gibt es da, also oder andersrum, ganz kurz vielleicht noch, wir hatten uns in der letzten Folge gefragt, ob so bestimmte Vertreter, die kämpfen für diese Urheberrechtsrichtlinie, ob die einfach bewusst die Unwahrheit sagen oder ob die sich täuschen. Und ich habe mich mal so ein bisschen umgehört, auch in den politischen Parteien, und dort ist mir verschiedentlich zugetragen worden, dass sie selbstverständlich alle sich nicht irren, sondern dass die alle wissen, was sie tun. Also da gibt es, und das geht ja quer durch die Parteien, da gibt es auch zum Beispiel Grüne, die sehr deutlich kämpfen für diese Richtlinie, indem sie zum Beispiel behaupten, es stünden keine Uploadfilter drin, genauso wie Axel Voss von der Union. Das muss man fairerweise dazu sagen. Also Axel Voss hat letztes Mal, ja quasi vor allem sein Fett wegbekommen in der Lage, aber das ist jetzt durchaus kein CDU-Problem. Die CDU steht sicherlich besonders deutlich für diese Richtlinie ein, aber es gibt auch Menschen bei den Grünen und bei den Sozialdemokraten und bei der FDP zum Beispiel, die diese Richtlinie für richtig halten. Und wie gesagt, also meine Quellen sagen, die wissen schon, was sie tun. Die halten das eben einfach nur für richtig und die halten es auch für gerechtfertigt, da letztlich die Öffentlichkeit so ein bisschen das Licht zu führen. Bei diesem Stichwort Uploadfilter zum Beispiel, ob die jetzt tatsächlich gefordert werden oder nicht. Interessant dazu fand ich das Statement des relativ neuen Bundesdatenschutzbeauftragten Ulrich Kelber. Denn auf den ersten Blick mal ist ja diese Uploadrechtsrichtlinie eigentlich gerade kein Datenschutzthema. Aber Ulrich Kelber weiß da, finde ich, auf einen ganz interessanten Zusammenhang hin. Und zunächst mal macht er deutlich in einer Presseerklärung, O-Ton jetzt, auch wenn Uploadfilter nicht explizit im Gesetzentwurf gefordert werden, wird es in der praktischen Anwendung auf sie hinauslaufen. Aber wenn man solche Lizenzen abschließt, wie es ja immer heißt, wenn man als Plattform so eine Lizenz abschließt, dann braucht man doch keine Filter. Genau, das könnte man erst mal denken. Aber da hält Ulrich Kelber entgegen, gerade kleinere Plattformen und Diensteanbieter werden gar nicht die Möglichkeit haben, mit allen erdenklichen Rechteinhabern Lizenzverträge zu schließen. Auch kein neues Argument. Aber es ist interessant, dass es von ihm kommt. Und wie werden kleine Dienste im Netz diese faktische Pflicht erfüllen, Uploadfilter zu betreiben? Genau, und das ist der Punkt, den ich besonders spannend fand an dem Statement von Ulrich Kelber. Ulrich Kelber sagt nämlich ebenso, kleine Dienste werden den immensen Programmieraufwand natürlich gar nicht auf die Beine stellen können, um eigene Uploadfilter zu erstellen. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel der Lage. Stellen wir uns vor, wir haben ja bei der Lage immerhin einen Kommentarbereich, unser eigenes kleines Forum. Und nach dieser Richtlinie, das haben wir ja mit Julia Reda vor zwei Wochen besprochen, müssten, je nachdem, wie viele Inhalte wir so ins Netz stellen, wir auch möglicherweise verhindern, dass da überrechtlich geschützte Inhalte eingestellt werden. Und es ist völlig klar, Philipp und ich können natürlich jetzt keinen Uploadfilter programmieren. Ja, dazu haben wir weder die Zeit noch die Kenntnisse. Was würden wir also tun? Ulrich Kelber sagt, kleinere Anbieter werden stattdessen auf Angebote großer IT-Unternehmen zurückgreifen. Und zwar so, wie das heute schon unter anderem bei Analyse-Tools passiert. Ja, also bei so Tools, die einem anzeigen, wie oft die eigene Website aufgerufen wurden. Ja, also die kleinen Anbieter werden also auch für Uploadfilter Bausteine von Facebook oder von Amazon oder von Google verwenden und sie auf ihren Seiten einbauen. Und daraus, so der Bundesdatenschutzbeauftragte, folge das Risiko einer weiteren Konzentration bei den Anbietern von Webdiensten. Weil nämlich das sozusagen de facto ein riesen Datenschutz-GAU ist, weil die ganzen Daten von möglichen Websites bei Google und Facebook zusammenlaufen. Oder bei Amazon. Oder bei Amazon. Das muss man sich vorstellen. Heute haben wir ja schon das Problem, ganz viele Webseiten bauen zum Beispiel ... Like-Buttons ein. Und damit hat Facebook eine wunderbare Möglichkeit, unser Surfer halt im Internet zu tracken. In Zukunft wird dann eben ein Uploadfilter von Google oder von Facebook eingebaut oder von Amazon. Und damit bekommt Facebook dann nicht nur geliefert, von welchen IP-Adressen bestimmte Webseiten aufgerufen werden, sondern Facebook bekommt, jetzt mal Facebook als Beispiel für einen dieser großen Internetplayer, Facebook bekommt dann auch noch die Inhalte geliefert. Denn schließlich müssen ja genau diese Inhalte dann gefiltert werden, damit sie nicht gegen Urheberrechte verstoßen. Und da sagt der Bundesdatenschutzbeauftragte, Riesenkatastrophe, weil das dazu führt, dass das Tracking im Internet noch deutlich erleichtert wird. Finde ich eine sehr interessante Perspektive, die mir ehrlich gesagt so nicht klar war. Aber ich halte diese Einschätzung von Uli Kelber für absolut plausibel. Denn natürlich werden kleine Anbieter nicht in der Lage, seine eigene Uploadfilter zu bauen. Da wird man natürlich Plugins einsetzen von irgendwelchen großen Playern. Und dann haben die schwuppdiwupp natürlich auch die Daten der Menschen, die die Webseiten aufrufen. In diesem Sinne würde ich sagen, die Lage ist abschließend ausführlich erörtert. Wieder mal eine ausführliche Folge. Wir danken euch, dass ihr so lange dabei geblieben seid und durchgehalten habt. Wir sagen, see you am Samstag. See you Samstag. Genau. Genau, da gibt es, wie gesagt, Lage live im HKW. Live-Stream für Abonnenten, Abonnentinnen. Abo findet ihr unter küchenstud.io-plus. Könnt ihr jetzt noch schnell klicken. Wobei man sagen muss, nicht diesen Samstag. Wir nehmen ja heute am Donnerstag anbauen. Das heißt auch nicht in zwei Tagen, sondern am 9. März Lage live im HKW. Und kleine Vorankündigung, keine Lage live, überhaupt keine Lage in den 11 Tagen nach der Lage live. Das können wir schon mal dazu sagen. Damit ihr euch nicht wundert, wir hatten da so ein bisschen Terminkoordinationsprobleme. Sonst hätten wir irgendwie alle vier Tage in der Lage machen müssen. Deswegen, am 9. gibt es eine und dann wieder am Donnerstag, dem 21.3. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Ein schönes Wochenende. Tschüss.